Herzlich willkommen bei Streamcatcher, eurem Podcast zu den Streaming-Angeboten der bekannten Anbieter Netflix, Amazon und Co. von Filmtoos.de. Diesmal in der Juni-Ausgabe sind dabei der Jan, das bin ich, der Patrick. Hallo. Und der Krischi. Hi zusammen. Und diesmal haben wir ein bisschen eine neue Herangehensweise uns überlegt und fangen am Anfang diesmal mit ein paar News an. Dann handeln wir die Neustarts im Monat Juni bei Netflix und Prime ab und im Anschluss geht es dann um die Sichtungen des letzten Monats, was wir euch ein bisschen empfehlen können oder vielleicht auch wovon wir abraten. Dann kümmern wir uns noch um die letzten Chancen bei den beiden großen Streaming-Anbietern, also quasi was demnächst rausfliegt aus dem Katalog. Und dann geht es diesmal ein bisschen genau um unseren Bubble Monday. Dürft ihr euch auch vielleicht schon darauf einstellen, dass die ein oder andere Stimme aus der Community hier auch Berücksichtigung finden wird. Und danach schauen wir mal schon in die Zukunft, was dann der nächste Monat bringen wird. Aber wie gesagt, wir fangen jetzt diesmal an mit den News, beziehungsweise eigentlich ist es ja fast ein bisschen unfreundlich. Wir haben uns schon länger nicht mehr gehört. Ich frage euch erstmal, Patrick, wie geht's dir? Mir geht's soweit blendend, danke der Nachfrage. Ich hoffe euch auch und ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ja, also mir geht's auch gut. Immer noch, wie gesagt, durch Corona ein bisschen alles entschleunigt im Alltag. Als Student hat man da momentan fast ein bisschen zu viel Freizeit, kann zu viel schauen. Ich werde es dann auch später feststellen bei den gesehenen Sachen, dass da momentan sehr, sehr viel geschaut werden kann, geschaut werden konnte. Und da vielleicht ein bisschen mehr als in anderen Monaten, wenn das Studium normal läuft. Und Grissi, bei dir ist alles auch beim Alten? Alles beim Alten, alles gut, alles schön. Ja, Grissi, du warst ja, ich glaube, das letzte Mal in der Spezialfolge zu Disney Plus hier bei uns dabei. Und ich dachte mir, ist jetzt dann doch schon zwei, drei Monate jetzt Disney Plus ja in Deutschland gestartet. Und ja, kannst du vielleicht uns mal ein kleines Update geben, ein kleines, ja, Zwischenfazit? Bist du noch am Start? Schaust du noch regelmäßig Disney Plus Inhalte? Oder hast du nach dem Mandalorian dann auch schon Lust und Laune verloren, da noch dran zu bleiben? Ja, es ist, also ich gucke noch relativ regelmäßig. Also ich könnte jetzt, ich behaupte jetzt mal so ein, zwei Filme die Woche mache ich einfach mal da an. Allein schon für den kurzen, wenn man mit dem schon mal spielt, dann hat man immer was im Hintergrund. Manchmal laufen, was, sag ich jetzt mal, den alten Robin Hood von Disney oder jetzt hatte ich Lilo und Stitch mal die Tage einfach laufen lassen. Aber eigentlich Dinge, die ich auch genauso gut zum Regal laufen könnte und dann auch in den Player reinschieben. Wäre jetzt auch keine Zwangsläufigkeit, dass man es da drüber gucken müsste. Und ich habe mir die Serie Das Leben und Ich, das ist eine uralte Serie, die früher auf RTL lief, Anfang, Mitte 90er, Original Boy Meets World. Die habe ich mir komplett nochmal angeguckt und dabei noch ein paar lustige Schnitzer festgestellt. Zwar ist es ja so, wenn man mal durch Disney Plus nochmal ein bisschen genauer durchgegangen ist, ein paar Filme, sind ja einige der Titel gar nicht mit deutscher Synchro vorhanden, also mit deutscher Audiospur, obwohl diese Filme schon mehrfach vielleicht auf ProSieben, RTL oder wo auch immer liefen. Und bei Das Leben und Ich war das Witzige, dass bis zur letzten Staffel alle Folgen normal mit dem deutschen Audiospur auch vorhanden waren. Und in den letzten vier, fünf Folgen waren zwei Folgen, die dann einfach mal auf Englisch waren, nur vorhanden waren. Was vor allem noch lustiger wurde, wenn man bedenkt, dass die beiden letzten Folgen waren ein Zweiteiler. Die erste Folge war dann auf Englisch, die zweite wieder auf Deutsch. Und da habe ich nicht so richtig durchgeblickt, wo der Fehler jetzt da, oder wie so ein Fehler da entsteht bei Disney Plus. Ob das nur denen durchgerutscht ist, ob da denen wirklich vielleicht da das Master-Audio von der Folge verloren gegangen ist. Ansonsten, ja, wie du schon sagst, Mandalorian, wenn man den geguckt hat, so viele neue Inhalte sind da ja jetzt nicht, wo man sagt, yeah, da freue ich mich jetzt drauf, wie es jetzt bei uns hier gewohnt ist mit den Neuheiten Netflix oder Prime, wo man sagt, ja, auf den Titel freue ich mich jetzt schon nächsten Monat. Das gibt es halt bei Disney Plus natürlich nicht. Und ich merke halt, es geht immer mehr die Luft dabei raus. Also wenn jetzt so diverse Klassiker mal dann nochmal abgespielt wurden oder so, jetzt wo die Serie da vorbei ist, sowohl der Mandalorian als auch die alte, die ich mir dann nochmal angucken wollte. Also, ja, ob man da dran bleibt, ich weiß nicht. Ja, mir geht's fast noch krasser ist es bei mir. Ich hab, ja, so eine ewig lange Watchlist wie wahrscheinlich jeder von uns, aber momentan durch die viele Zeit bin ich da wirklich drauf und dran, eigentlich nur neue Sachen zu schauen und für irgendwelche Rewatches oder irgendwelche Nostalgie-Momente habe ich da momentan fast keine, ähm, keine, ähm, Muse. Deswegen, ja, fehlt mir auf Disney einfach der exklusive Neukontent. Vielleicht ist es aber jetzt bald soweit. Wie gesagt, ähm, wir wollten mal ein paar News auch heute raushauen. Ähm, jetzt hat Disney Plus ja angekündigt, äh, ein paar Filme ja demnächst, ähm, ähm, auch mal ohne Umweg Kino direkt rauszubringen. Den Anfang macht da Artemis Foul. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr da den Trailer gesehen? Also, mich hat das eher nicht überzeugt, was man da bislang an Material gesehen hat. Ja, den, den Trailer habe ich gesehen und ich sehe es eigentlich genauso wie du. Mich hat es auch nicht, nicht, nicht wirklich überzeugt. Wobei, äh, zur Diskussion gerade nochmal, ich finde es aber auch wichtig, dass Disney Plus langsam dazu übergeht, neue Inhalte zu präsentieren, weil ich glaube, Krischi, du hast es gerade gesagt, Nostalgie ist ein ganz großer Faktor bei Disney Plus. Ich hatte großen Spaß, mir am Anfang die Watchlist zusammenzustellen mit den ganzen Klassikern, die man nochmal schauen möchte. Aber de facto gibt es aktuell, und das sehen wir ja auch in unserem Podcast, so viele neue Serien und Filme bei den anderen Streaming-Anbietern, dass man zu dieser Nostalgie gar nicht durchkommt. Und deswegen, ja, vielleicht ist Artemis Foul so einer der ersten Schritte, dass Disney Plus auch ein bisschen mehr an Aktualität gewinnt. Aber ich bin bei dem Meta-Trailer auch nicht zugesagt, ja. Jetzt ist Artemis Foul ja eine Kinder- oder besser gesagt Jugendbuchadaption. Eine andere Jugendbuchadaption ist jetzt angekündigt worden, als Serie bei Disney Plus dann neu verfilmt zu werden. Da gibt es schon zwei Filme, und zwar spreche ich von Percy Jackson. Kennt ihr die Filme? Was haltet ihr von denen? Und seht ihr da auch Potenzial für eine neue Serie? Also ich kenne die Filme, habe die beide auch hier. Ich mag die sogar sehr gerne. Wobei den ersten deutlich lieber als den zweiten aufgrund der Darsteller, die man noch da an Bord hatte, wobei das jetzt kein, ich sag jetzt mal, qualitativer Meilenstein nach unten gewesen wäre. Sag ich jetzt mal, im ersten Teil gab es den Zentauren, der, ich glaube, Chiron hieß er, das war einer der Lehrer. Der wurde im ersten Teil noch von Pierce Brosnan gespielt. Das hatte natürlich eine gewisse Erscheinung, das passte sehr gut. Im zweiten Teil war dann kein Pierce Brosnan mehr am Start. Dafür wurde dann die Rolle von Stanley Tucci gespielt, den man ja auch aus vielen verschiedenen Filmen kennt. Und der an sich ja auch nicht schlecht ist, aber halt ein Pierce Brosnan macht nochmal natürlich was anderes her. Das eine ist James Bond, das andere ist dann halt, ja, Modedesigner bei Der Teufel trägt Prada, da sage ich jetzt mal herablassend. Obwohl da auch viele andere mögliche Beispiele. sind. Ich denke aber, so eine Serie daraus zu machen, macht schon wesentlich mehr Sinn, weil es halt auch viele Bücher sind. Und da gibt es ja auch andere Beispiele, wo wir das ja jetzt hatten, dass mehrere Bücher erschienen sind, der Film vielleicht nicht so viel Anklang fand oder nicht so wie gewünscht erfolgreich war und daraus eine ganz gute Serie gemacht wurde, zumindest der Ansatz dazu. Genau, ich glaube, du denkst da jetzt auch wie ich an His Dark Materials, also sprich der Goldene Kompass. Genau. Ich war ja von der Serie auch ziemlich begeistert. Ja, was natürlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich seit Logan ein extremes Auge auf die kleine Daphne Keen geworfen habe, als, was die jetzt als, sagen wir mal, als Schauspielerin ihren Weg gehen wird. Und auch in der Rolle hat sie mich sehr überzeugt. Und ich, ja, wie gesagt, also ich fand auch die ganze Besetzung von der Serie fast interessanter, obwohl natürlich die Namen beim Film fast größer natürlich waren, aber die Rollen waren besser verkörpert in den neuen Varianten. Deswegen denke ich auch, dass bei Percy Jackson es eventuell ähnlich sein könnte, dass man das wahre Potenzial der eigentlich so beliebten Vorlage erst mit dem Reboot quasi dann erfüllen kann. Ja, ich denke, Reboot ist eventuell ein ganz guter Übergang. Und zwar gibt es eine weitere Buchreihe, die ist aber eher für Erwachsene gedacht, aus dem Norden. Also ich spreche in dem Fall von Schweden, von Stieg Larsson, der Millennium Trilogie. Und den weiteren Fortsetzungen, die dann nach dessen Tod entstanden sind, gibt es ja gleich mittlerweile sechs Bücher über Lisbeth Zalander. Und es gibt aber auch schon, ja, drei Varianten von ihr in der Filmwelt. Also sprich die originale Trilogie mit Naomi Rapaz. Dann gab es ja den Versuch von David Fincher, der dann aber nach einem Teil auch keine Fortsetzung mehr erfahren hat mit Rooney Mara in der Hauptrolle. Und zuletzt hat ja dann Claire Foy in der Adaption des vierten Buches versucht, Lisbeth Zalander zu, ja, um weitere Facetten zu erweitern. Hab den Film allerdings aufgrund der schlechten Kritiken bislang nicht gesehen. Und jetzt gibt es einen dritten Neustart, kann man sagen. Also eine vierte Lisbeth wird demnächst versuchen, noch den Kahn aus dem Dreck zu holen. Aber diesmal erstmalig als Serie. Und zwar bei Amazon Prime. Und ja, habt ihr die Filme gesehen? Gibt es eine Lisbeth eures Herzens, eine Lieblings-Lisbeth quasi? Also ich hab die Original-Trilogie gesehen und das Fincher-Remake, wenn man so sagen will. Und ich bin ein bisschen abseits der normalen Rezeption großer Fan von dem Fincher-Verblendung. Ich weiß nicht, ob es da Daniel Craig liegt, den ich in der Rolle ziemlich cool finde. Ich fand einfach die Stimmung, die Atmosphäre in dem Fincher-Remake sehr packend und dicht. Und das hat mir schon sehr gefallen. Ich mag das Original auch, die Original-Trilogie. Bin aber tatsächlich größerer Fan vom Fincher-Remake. Und als Serien-Adaption, das kann ich mir schon vorstellen. Weil das bietet eigentlich ja auch genug Fleisch, was man da in Serie erzählen könnte. Das stimmt absolut. Ich finde den Film persönlich, also den Fincher-Film, eigentlich stimmungsvoller fast wie die Original-Trilogie. Liegt vielleicht ein bisschen an meinem Fable für Led Zeppelin und für David Fincher. Aber ja, für mich war eigentlich das Projekt insgesamt, nachdem da keine Fortsetzung mehr kam, eigentlich gegessen. Also ich bin mir noch nicht wirklich sicher, ob ich diesen neuen Versuch überhaupt brauche. Und denke mal, das Geld könnte Amazon in meinen Augen ein bisschen sinnvoller investieren. Ja, dann haben wir bei den News von Amazon, glaube ich, schon alles abgehakt. Jetzt schauen wir doch mal kurz, was Netflix auch noch angekündigt hat. Es sind ja schon seit längeren Adaptionen von bekannten, beliebten Animes, beziehungsweise Manga-Vorlagen. Unter anderem eben One Piece und Cowboy Bebop. Und da gibt es jetzt quasi ein kleines Update seitens des Machers. Und zwar hat eben die Cowboy Bebop-Produktion jetzt wieder Fahrt aufgenommen. John Cho, also der Sulu von Star Trek, den Filmen von J.J. Abrams in der Version, ist ja damit involviert als Schauspieler und hatte sich während der Dreharbeiten das Kreuzband gerissen, weshalb die Dreharbeiten jetzt schon vor der Corona-Krise auf Eis lagen. Allerdings soll es da jetzt endlich weitergehen. Und ich denke mal, wenn es, so wie es sich aktuell darstellt, wird die Serie dann Anfang nächsten Jahres schon starten bei Netflix. Und bei One Piece fängt man jetzt im August voraussichtlich mit den Dreharbeiten an. Meine Frage jetzt an euch wäre, was haltet ihr generell jetzt von den Vorlagen? Sprich, habt ihr da überhaupt Bezug zu One Piece und Cowboy Bebop? Und zweite Frage, was haltet ihr von diesen, ja, Adaptionen von Zeichentrick-Formaten, hauptsächlich jetzt in dem Fall von japanischen Vorlagen? Macht es Sinn? Ist das verfilmbar? Habt ihr da Bock drauf? Patrick, fang vielleicht du mal an. Ja, also direkt zu Cowboy Bebop und One Piece kann ich sehr wenig sagen, weil ich tatsächlich die Animes nicht kenne, nicht gesehen habe. Generell zum Thema, lassen sich Animes gut verfilmen? Da haben wir im Vorgespräch ja schon überlegt, was es denn für gute Beispiele gibt, wo das Ganze funktioniert hat. Wo es einigermaßen funktioniert hat in jüngerer Vergangenheit, fand ich zumindest, wobei man da auch diskutieren kann, ob es eine Anime-Verfilmung ist, ist der Meisterdetektiv-Pikachu-Film, der mir zumindest sehr gut gefallen hat. Aber ansonsten ist die Liste der wirklich gelungenen Anime-Verfilmungen, wo sowohl die Fans des Animes als auch die, die den Film dann sehen und den Anime vielleicht nicht kennen, sich einig sind, dass es gelungen war, relativ kurz. Zu Cowboy Bebop und One Piece kann vielleicht der Krischi tatsächlich ein bisschen mehr sagen. Ja, also ich denke, Cowboy Bebop, also die habe ich ganz früher auf MTV, meine ich war es, gesehen. Ist auch schon sehr verblasst, die Erinnerung. Ich denke, das kann man aber ganz gut real verfüllen. Bei One Piece bin ich da sehr, sehr skeptisch. Habe ich sehr, sehr gerne geguckt früher. Aber ich glaube, das könnte schon sehr, sehr strange werden. Also viel zu knackig, zu bunter denke ich halt an Dragon Ball beispielsweise. Das ist zwar nicht als Serie adaptiert worden, aber das war für mich persönlich eine ziemliche Vollkatastrophe, was da fabriziert wurde. Ich glaube, da ist auch fast keiner von den Darstellern heute noch irgendwie groß im Film noch mal ins Rampenlicht gerückt. Und die Emily Rossum, die da mitspielt, ist ja durch Shameless zwar, hat sie noch mal die Kurve gekriegt in der Serie, aber sonst müsste ich aber noch mit allen Darstellern mir angucken, um das jetzt noch mal zu untermauern. Ja, vor allem du bist ja bei Realfilmen dann auch Restriktionen unterlegen, denen du bei Animes nicht unterlegen bist. Ich meine, gutes Beispiel in eine andere Richtung, da kommen wir ja nachher noch kurz zu, ist ja Community beziehungsweise Rick and Morty, was ja vom Gleichenmacher ist, wo man dann bei Rick and Morty schon merkt, dass er da großen Spaß dran hat, dass er nicht mehr diesen Restriktionen unterliegt und sich da komplett ausleben kann. Deswegen ist das, finde ich, wahrscheinlich eher so die Richtung, in der das besser funktioniert. Aber Jan, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du wolltest was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, also ich glaube, dass dieser Dragon Ball Evolution Film, ich habe den nie gesehen, weil ich war zwar großer Dragon Ball Fan in meiner Jugend, aber der war ja damals schon sowas von cheesy, von der ganzen Optik her, hat mich schon so abgeschreckt. Und ich glaube, das ist ein mahnendes Beispiel. Also jeder weiß mittlerweile, dass man, wenn man das so angeht, das Thema, dass das definitiv Schiffbruch erleiden wird. Aber wie gesagt, mir fällt jetzt auch kein wirklich herausragendes Realfilm-Remake eines Animes ein. Also wie gesagt, natürlich hat man jetzt ein paar Disney-Klassiker schon mehr oder weniger gut mal dann auch mit echten Menschen dargestellt. Aber es ist nochmal was anderes. Jetzt zum Beispiel, wenn wir bei One Piece bleiben, diese Kräfte, die die haben, also sprich diese Gum-Gum-Frucht von Ruffy beispielsweise oder diese ganzen Sachen, ist meiner Meinung nach, muss man da schon sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das animationstechnisch überzeugend darzustellen. Und dann ist es ja auch so, dass quasi jeder von diesen Charakteren da fast so eine spezielle Fähigkeit hat. Also was das an Geld kosten würde, das vorlagengerecht zu animieren, das ist ein Serienformat. Also ich weiß nicht, ob da so viel Geld reingesteckt werden kann. Ich erinnere mich jetzt gerade spontan an The Witcher beispielsweise, das ja eher dann so ein bisschen so einen Trash-Charme fast hatte. Falls es in diese Richtung gehen wird mit One Piece, weiß ich nicht, ob man die Fans da zufriedenstellen kann. Ja, auf der anderen Seite, wenn man es ernsthaft angeht und dann die Fans nicht zufriedenstellt, was eben relativ leicht ist, wenn du da Leute hast, die jahrelang den Anime verfolgen, wenn die da nicht zufrieden mit den Figuren sind, was da passieren kann, hat man bei Sonic ja jüngst gesehen. Ja. Ich sehe da eigentlich eher eine andere Problematik, nicht unbedingt vom Bild, sondern wirklich dieses, wie du es sagtest, mit dem Cheesy. Du kannst diverse Sachen, kannst du halt umsetzen, kannst du Erwachsene umsetzen, dass es dann halt auch realistischer wirkt. Ich sage jetzt mal, ist ein bisschen weiter hergeholt, aber denk mir an so die, an Batman, so Jewel Schumacher, der hatte die ja schon extrem knackig bunt, näher an der Zechentrickserie vielleicht dann in manchen Punkten gehabt. und dann hast du halt Christopher Nolan, der das erwachsener gemacht hat. Das kannst du bei One Piece nicht machen, weil gerade One Piece lebt halt von eben diesen, zum Beispiel von der Gum-Gum-Frucht oder von diesen Kräften, von den einzelnen Charakteren, dass die auch mal so ein bisschen, ja, over the top sind. Es gibt ja zum Beispiel der Koch, der Sanji, wenn der da praktisch dann jedes Mal voller Liebe ist dafür, seine Kolleginnen oder überhaupt immer des weiblichen Geschlechts und das macht irgendwo diese Figur aus, so dieses Bonding, was man dann halt damit hat, zu dem Charakter, warum man den so gerne mag. Und wie Patrick gerade schon sagte, das wird ziemlich, ich glaube, das wird schief gehen. Das kann eigentlich nur schief gehen. Ich sehe da echt Katastrophe drauf zukommen. Oder kaum eine Möglichkeit, wie die das vernünftig umsetzen können. Aber, ja, wir wollen jetzt das Thema, bevor jetzt die ersten Bilder überhaupt veröffentlicht sind, vielleicht nicht ganz so weit ausdehnen. Lassen wir uns doch vielleicht einfach mal überraschen, wenn da mal erste Screenshots oder erste Trailer zur Verfügung sind, dann werden wir das Thema noch mal vertiefen. Und dann können wir vielleicht schon eher einschätzen, ob da Potenzial da ist oder ob das absolutes Trash wird. Ja, genau. Wir haben jetzt noch ein News vielleicht, um noch mal bei Netflix zu bleiben. Habe ich jetzt frisch mitbekommen, dass jetzt im Juni eine Serie starten wird. Und um da vielleicht mal ein bisschen auszuholen, was ja Netflix sehr gut macht, sind diese internationalen Produktionen, dass man fast weltweit jetzt schon exklusiv produzieren lässt. Dann teilweise mit Untertiteln, aber teilweise auch synchronisiert in die Welt die Serien transportiert. Und das erste Mal habe ich jetzt von einer Serie eben mitbekommen, die eben aus Saudi-Arabien stammt, die jetzt demnächst schon, ich glaube, auch im Juni starten wird. Whispers heißt es, ist ein Familient-Thriller, soll quasi über einen IT-Entwickler, der dann umgebracht wird, beziehungsweise stirbt. Und dann aus verschiedenen Perspektiven wird das Verbrechen dem dann nachgegangen. Und ja, es klingt zwar alles so ein bisschen 0815 von der Story her, aber meiner Meinung nach ist es immer eine gute Strategie, was Netflix macht, dann eben diese neuen, unverbrauchten Gesichter aus anderen Ländern da einfach mal in bekannte Genres reinzuschmeißen, weil man allein durch diesen Faktor, dass man eben die Leute nicht kennt, dann eigentlich schon mal angesprochen ist. Geht es euch da auch so? Habt ihr auch das Verlangen danach, regelmäßig mal bei Netflix dann die Originals aus den doch etwas exotischeren Gefilden anzuschauen? Ja, also für mich gesprochen schon. Gerade im Filmsektor gibt es da einiges. Man merkt es dann ja relativ schnell, wenn man die Audio-Option sich anschaut und dann eben keine Synchro, meistens natürlich keine deutsche, aber oft eben auch schon keine englische angezeigt wird. Und man dann eben mit Untertiteln schaut, das sollte ja eigentlich auch kein Hindernis sein. Das hat ja unser guter Freund Bong Joon-ho so treffend auf den Punkt gebracht, dass das ja keine große Barriere sein sollte, etwas mit Untertiteln anzugucken. Und ich finde das Vorgang eigentlich sehr gut. Ich meine gerade aktuell durch die Corona-Krise ist es ja sowieso so, dass auch viele Synchroarbeiten hinter dem Zeitplan sind und Netflix geht da ja dann auch den Weg und veröffentlicht das einfach schon mal mit dem Hinweis, dass eben die Synchronisation noch nicht fertig ist. Und ich bin da ein Fan von. Lieber veröffentlichen die Leute, die es sich dann mit Untertiteln ohne Synchro anschauen möchten, können das schon tun. Und im Zweifel wird dann eben die Synchro nachgeliefert, ja. Ja, dem stimme ich zu. Gibt es da vielleicht, um mal vielleicht kurz noch den Bogen zu spannen, eine Produktion jetzt aus einem Land, das sonst filmisch eher unterrepräsentiert ist, das ihr jetzt spontan empfehlen würdet? Oder wo ihr sagt, das war jetzt eine Entdeckung, die ohne Netflix nie an eure Augen gelangt wäre? Das überlege ich gerade, da muss ich ein wenig graben in meinen Erinnerungen. So spontan fällt mir jetzt keine ein, aber da gibt es mit Sicherheit welche. Ich überlege mal drauf rum. Ich würde jetzt Spanisch sagen. Also Haus des Geldes, der Schacht, sage ich jetzt mal zuletzt. Ja, natürlich, der Schacht, ja. Ich hätte mir jetzt keine spanischen Filme wirklich vor, oder Serien angeguckt. Ich hätte da, gerade bei Spanisch hätte ich irgendwie den Bezug auf Mexikanisch und dann irgendeine Telenovela bezogen unter Umständen, die so in den USA läuft. Ich hatte, glaube ich, mal früher auf Vox, lief dann irgendeine spanische Serie. Sowas habe ich mir eigentlich nicht wirklich angeguckt. Aber man gibt dem Ganzen jetzt dann doch ein wenig mehr Beachtung, würde ich behaupten. Definitiv. Wir kommen später auch bei den gesehenen Formaten jetzt auch nochmal drauf zurück bei Spanisch. Ich, vielleicht, dann gebe ich den Krischi noch ein paar Sekunden mehr zum Überlegen. Ich würde jetzt spontan sogar mal Südafrika erwähnen, weil ich jetzt erst diese Woche die Serie Blood & Water mir da angesehen habe. Ist, ja, in meinen Augen auch nicht schlechter. Jetzt wie zum Beispiel die Tote Mädchen lügen nicht. Schiene, die jetzt Netflix in verschiedenen Ländern ja auch schon so gefahren hat. Also so eine klassische Teenie-Serie, Highschool-Serie. In dem Fall aber halt mal vor der Kulisse Kapstadt. Also schon mal ein toller Drehort. Und ja, die Prämisse von der Serie ist auch spannend. Es geht quasi um eine junge, ich glaube 16-jährige Südafrikanerin, deren Schwester, die 17 wäre, nach ihrer Geburt entführt wurde. Und ja, dann ist er auf einer Party eingeladen. Und er fährt quasi an dem Geburtstag ihrer Schwester, die ihm seit der Kindheit nicht mehr gesehen wurde, dass eben die, auf der Party sie ist, auch an diesem Tag Geburtstag hat. Und von da an hegt sie so ein bisschen den Verdacht, ja, das könnte ja die verschollene Schwester sein. Und ja, was interessant an der Serie ist, ist dann aber nicht nur die, ja, dieses Thriller, der dann so erzählt wird. Das ist eigentlich alles relativ klassisch. Sondern vor allem, dass man eben mal ein bisschen neue, ja, Varianten von Musik, die man so vielleicht jetzt in der US-amerikanischen Serienlandschaft nicht verwenden würde, mit einwebt. Oder auch das Format, also das sind dann quasi 6x40 Minuten. Das ist auch ein bisschen unüblich jetzt von der Lauflängengestaltung her. Also es ist wirklich eine Serie, die ich jetzt die Woche entdeckt habe erst. Und ja, kann man aber trotzdem empfehlen. Klingt gut, ja. Ist dir jetzt noch was eingefangen, Grigi? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also die meisten Länder, die ich jetzt, wo ich denke, da könnte man mehr von sehen, die sind mir nicht durch Netflix jetzt ins Bild gekommen. Ich sage jetzt zum Beispiel indonesisch, Night Comes for Us zum Beispiel. Das ist, da hat man schon einen Blick drauf geworfen, wann sie Raid kannte. Als Beispiel. Französischer Film auch nicht. Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt noch eine französische Serie, auf die ich wahrscheinlich ohne Netflix nicht gekommen werde. Marianne, so heißt sie zumindest im Deutschen. Ich schlag mich bitte nicht. Ich kann kein Französisch und kann es nicht französisch aussprechen. Das ist eine kurze Serie, acht Episoden. Und ist eine Horrorserie eben aus Frankreich. Und ohne Netflix hätte ich die vermutlich gar nicht auf dem Schirm gehabt zu schauen. Und die war tatsächlich auch sehr gut. Ja, also ich denke mal, Netflix gibt auch den kleineren Ländern, den kleineren Filmländern, sage ich mal, eine Bühne. Und das ist eigentlich was, was man auch unterstützt durch seinen Beitrag. Finde ich eigentlich sehr eine positive Eigenschaft des Ganzen. Unabhängig davon, dass natürlich dadurch der Content, der monatlich rausgeht, bei Netflix nochmal um einiges größer wird. Ja, jetzt wechseln wir nochmal kurz von Netflix zu einem Streaming-Anbieter, der selten bislang Erwähnung gefunden hat. Ich weiß auch gar nicht, habt ihr da überhaupt Bezug beziehungsweise schon mal reingesehenen Formate von, ich spreche jetzt Apple TV Plus? Nur mal drüber geguckt, ein paar Sachen in die Liste gepackt. Aber noch nichts tatsächlich angeschaut, weil auch phasenweise die Serien dann noch nicht komplett waren. Und ich wollte sie gerne, wenn möglich, dann an einem Stück durchbingen. Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Ich habe nur mal kurz geschaut, was es gibt. Ich habe aber noch kein Account oder Ähnliches und bin da noch relativ unbeschlagen, was das angeht. Ja, also es ist so, ich habe, durch das mein Dad ein neues iPhone bekommen hat, hatte ich jetzt die Möglichkeit schon mal, einige Zeit quasi umsonst reinzuschauen. Und ja, bislang hatte ja Apple die Strategie eigentlich mit wenigen, aber dafür sehr hochwertigen Eigenproduktionen und dann aber auch für einen verhältnismäßigen günstigen Monatstarif zu punkten. Man hatte da beispielsweise eben diese Produktion C mit Jason Momoa als großen Namen. Man hatte dann anfangs diese Morning Show, was ich wirklich empfehlen kann, wo Reese Witherspoon und ja, Steve Carell ja in den Hauptrollen waren. Jennifer Aniston meinst du? Genau, ne, beide. Also Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell. Stimmt, die erkennt man gar nicht auf dem Bild. Ja, und jetzt gibt es ja momentan die Serie Verschwiegen. Also da gehe ich später vielleicht noch kurz drauf ein, die morgen dann die Staffelfinale feiern wird. Doch Apple hat jetzt die letzte Woche angekündigt, ein bisschen die Strategie zu ändern. Und da wollte ich mal kurz noch mit euch drüber sprechen. Und zwar hat man jetzt doch vor, mehr Content auch zuzukaufen. Also mit Produktionsstudios Sachen in den Katalog exklusiv reinzuholen und quasi den Konkurrenten dann vor der Nase wegzuschnappen. Und den Anfang hat jetzt Netflix gleich mal mit einem ganz dicken Fisch gemacht. Und zwar spreche ich von Crayhound. Das ist ein, ja, U-Boot-Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle, der ursprünglich, glaube ich, in den amerikanischen Gefilden jetzt schon im Kino gelaufen wäre. Bei uns wäre er, glaube ich, im Juni, Juli irgendwann gestartet. Aber durch Corona ist der verschoben und jetzt quasi direkt zu Apple geschoben worden. Ja, was haltet ihr von diesem Strategiewechsel? Ist das vielleicht eine Reaktion darauf, dass die bislang eher sparsame Inhalte nicht gereicht haben? Ja, gut, Apple muss ja irgendwie was für sein Angebot tun. Netflix und Prime sind die großen Player da. Disney Plus hat halt Disney, also hat schon sein ganzes Sortiment vorrätig. Und Apple muss jetzt irgendwo, du hast es ja vorhin gesagt, qualitativ hochwertig, starke Darsteller, also namhafte und gute Darsteller in den Serien. Aber jetzt muss ja irgendwo ein Anreiz kommen für die Leute, es auch sich, in Anführungsstrichen, freiwillig jetzt zuzubuchen und nicht nur über irgendwelche neu gekauften Apple-Produkte, die man dann hat. Du hast jetzt gesagt, dein Vater hat ein Neu. Das darüber bekommen, ich habe auch meinen Zugang nur über neues Handy. Theoretisch noch könnte ich noch ein Jahr draufsetzen, wenn meine Frau da auch ein neues Handy sich geholt hatte. Ja, jetzt kann man natürlich, dann hat man jetzt ein Jahr Zeit, dann muss man jetzt ein bisschen was holen, mit die Leute vielleicht sagen, ich würde da dranbleiben. Und möglich wäre es natürlich jetzt durch die ganze Corona-Zeit, dass man da vielleicht dann auch die Leute eher ansprechen kann. Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also man merkt das ja schon, ich glaube, es ist jetzt ungefähr ein Jahr am Start, ein bisschen länger, oder? Nee, ich glaube, bei uns ist es erst so irgendwann im letzten Herbst gestartet, weil, wie gesagt, dann ... Im Herbst, ja, genau. Es wurde irgendwann im März letzten Jahres vorgestellt. Und ja, ich meine, das ist die einzige Möglichkeit. Also es gibt ja schon einige sehr namhafte Namen, die gesagt haben, dass sie bei Apple TV Plus jetzt mit am Start sind. Also Steven Spielberg, J.J. Abrams und Co. Zu einem anderen sehr namhaften Namen kommen wir ja gleich noch. Und um sich da dauerhaft, und da bin ich ganz beim Krischi, etablieren zu können, neben den größten Netflix, Amazon Prime und jetzt vielleicht auch Disney Plus, ist das die einzige Möglichkeit. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt eigentlich schon ein perfekter Übergang. Verrat uns doch mal den großen Namen gleich. Und um welche News es sich da handelt. Der große Name ist Martin Scorsese. Genau. Genau, der seinen nächsten Film exklusiv bei Apple TV Plus veröffentlicht. Und zwar heißt er Killers of the Flower Moon und hat mit DiCaprio und De Niro auch zwei sehr, sehr namhafte Darsteller natürlich wiederfinden können. Was bei Scorsese keine große Verwunderung ist. Und ja, wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, wird er noch teurer als Irishman. Und ja, da ist, glaube ich, jeder schon gespannt drauf, was da passiert. Und vor allem, inwieweit der Film dann auch noch weiterhin ausgewertet wird, wie exklusiv diese Apple TV Plus-Exklusivität tatsächlich letzten Endes ist. Das steht ja, glaube ich, noch in den Sternen, oder? Also meines Wissens nach wurde bislang kommuniziert, dass es jetzt eine Koproduktion quasi von Apple und Paramount ist. Und dass Scorsese schon darauf besteht, dass ein normaler Kinorelease stattfinden wird. Ob das jetzt wie bei Irishman wird, dass der Film dann nur kurz ins Kino kommt, um eventuellen Preisverleihungen dann auch die Regularien einzuhalten, oder ob der länger im Kino laufen wird, darüber habe ich jetzt noch nichts gelesen. Aber er soll definitiv dann nach der Kinoauswertung exklusiv bei Apple dann im Streaming-Dienst zur Verfügung stehen. Ja. Ja. Dann haben wir doch jetzt schon einiges an Neuigkeiten abgedeckt. Von den Neuigkeiten wechseln wir jetzt mal ganz schnell zu den Neustarts und fangen da mal an mit den Serien und Filmen, die bei Amazon Prime im Juni an den Start gehen werden. Wir haben uns jetzt diesmal dafür entschieden, im Gegensatz zu den letzten Ausgaben jetzt nicht die komplette Liste abzuarbeiten, sondern explizit dann auf die interessanten Formate einzugehen und da ein paar Worte mehr dafür, darüber zu verlieren. Ja, vielleicht der größte Zukauf jetzt von Amazon Prime im Juni ist der Überraschungs-Oscar-Abräumer des Jahres und auch schon jetzt relativ schnell eigentlich nach der Kinozeit ist Parasite. Und ich glaube, da kann man sich drauf freuen, oder? Da sollte man sich drauf freuen, wenn man ihn nicht eh schon gesehen hat. Ja, relativ schnell bin ich bei dir. Das hat mich ähnlich gewundert, wie es mich bei Midsommar gewundert hatte, der ja auch relativ schnell dann im Streaming verfügbar war. Aber es ist Parasite natürlich nur zu wünschen. Wir haben da ja schon an diversen Stellen, auch in unserem Südkorea-Special ist kurz angerissen im Podcast, ist für mich der beste Film des letzten Jahres gewesen und gilt das Gleiche wie für Midsommar. Ich bin einfach nur froh, wenn möglichst viele Leute diesen Film schauen können. Ob sie ihn gut finden oder nicht, steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber je mehr kann man drüber diskutieren, je mehr kann man drüber reden. Also für mich war es ganz klar ein Highlight oder das Highlight des letzten Jahres. Und deswegen freue ich mich drauf. Ich habe ihn natürlich auch im Regal, aber wie der Krischi gerade so schön sagte, im Zweifel, wenn man dann doch mal einen faulen Abend hat auf der Couch, dann schaltet man doch eher einfach das Smart-TV an, statt dann zum Regal zu gehen und die Blu-ray einzulegen. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Beste Film des Jahres. Für unseren Kollegen Samuel gibt es da, glaube ich, auch eine eindeutige Antwort. Und zwar ein weiterer Film, der jetzt bei Prime und zwar in dem Fall am 30.06., also kurz bevor dann der Juli beginnt, startet, ist Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ich glaube, dass ihr beide den Film im Kino nicht gesehen habt, richtig? Ja, richtig, nicht gesehen im Kino. Aber dann schon nachgeholt oder wartet ihr jetzt noch bis zum, ja, kostenlosen Möglichkeit? Also ich denke, ich werde jetzt noch warten. Ich wollte den dann eben auch wegen des wiederholten Insistierens von Kollege Samuel dann jetzt doch mal schauen, wobei ich anfangs gesagt habe, dass der mich thematisch eigentlich null catcht. Aber man hat jetzt schon so viel Positives über den Film gehört, dass selbst meine Freundin und ich, die normalerweise, wo wir normalerweise eben das sagen würden, das ist nicht unbedingt ein Film, der uns vom Genre oder vom Inhalt her zusagt, dass wir uns den dann jetzt dann doch anschauen werden natürlich. Wir werden jetzt noch warten, denke ich, bis zum 30.06., bis er inklusive ist. Und wenn, so wie viele Leute behaupten, er mich dann so umhaut, dann wird er natürlich dann im Nachhinein auch noch gekauft. Ja, aber erst mal wird gewartet, bis er bei Prime inklusive ist. Sehr gut. Also ich denke mal, der Film verdient viel Aufmerksamkeit. Ich habe ihn auch erst vor einigen Wochen gesehen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich ihn mir geliehen hätte. Hätte ich gewusst, dass er jetzt dann Ende Juni für umsonst zu sehen gewesen wäre. Aber wie gesagt, recht viel mehr über den Film wollen wir jetzt gar nicht mehr verlieren. Ich glaube, es sind in einigen Podcasts schon thematisiert worden. Was hingegen noch nicht thematisiert wurde, ist der Film Crawl. Und zwar, ja, Patrick, ich glaube, du hast ihn dir auch markiert. War ja ein kleiner, ja, Tipp auch vom Quentin Tarantino. Ich glaube, der hatte den nämlich mal auf seiner Jahresbestenliste, die er jedes Jahr veröffentlicht, auch drauf, relativ überraschenderweise. Ja, hat er ja. Richtig, ja. Ja, Crawl war 2019 neben Ready or Not, so für mich das Genre-Highlight, wenn es so um Horror, ins Horror-Genre geht. Crawl ist von Alexandre, ah ja, ich hoffe auch hier, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Den kennt man ja schon von High Tension oder von dem Hills of Ice Remake beispielsweise. Und in Crawl geht es darum, dass ein Hurricane auf Florida trifft. Und die Hauptdarstellerin ignoriert allerdings sämtliche Warnungen vor der drohenden Flut und fährt ins quasi Krisengebiet, um nach ihrem Vater zu suchen, der sich nicht meldet. Und findet ihn dann schließlich auch im Keller seines Hauses verletzt. Und der Keller ist schon halb überflutet. Und er ist deswegen verletzt, weil er von Alligatoren angegriffen wurde, die eben wegen dieser Überschwemmung dann fröhlich durch die Straßen dieses kleinen Ortes schwimmen. Und dann handelt der Film eben davon, dass die beiden versuchen, aus dem Haus zu flüchten und sich in Sicherheit zu bringen. Und das ist dann, ja, ein Tierhorror, Schocker, wenn man so will, der sich überraschend ernst nimmt, der eben, man hätte daraus schnell auch irgendeine Blödelei natürlich machen können, da ein bisschen mit dem Augenzwinkern arbeiten können. Und das tut er eigentlich gar nicht. Und das finde ich sehr erfrischend. Er kommt auch direkt zur Sache, was ich bei Genrefilmen immer relativ, relativ gut finde. Und er ist ordentlich spannend und das auch bis zum Schluss. Und wenn man ihn dann gesehen hat und vielleicht Möglichkeiten hat, auf die Blu-ray zuzugreifen, kann ich sehr auch das Making-of zu empfehlen. Denn da sieht man mal, was gerade dieses Film in diesem Kellergewölbe, in diesem Unterbau für einen Aufwand war. Gerade auch für den Kameramann und für das Set, das alles nachzubauen und da die richtigen Winkel zu finden, das war ein wahnsinniger Aufwand. Und ich finde, das ist denen großartig gelungen. Und war für mich eines der Genre-Highlights letzten Jahres. Kann man sich dann ab dem 19.06. eben Crawl auf Prime angucken. Was man sich auch noch auf Prime angucken kann, was ein bisschen in ähnlichem Fahrwasser schwimmt, ist The Pool. Da geht es auch um einen Alligator und das ist auch ein Tier-Horror-Film, der ist aber deutlich schlechter. Also da empfehle ich wirklich zu Crawl zu greifen ab dem 19.06. auf Prime. Ja, vielleicht Horror ist ein ganz guter Übergang zu einem Film, der in diesem Jahr auch eine weitere Fortsetzung wieder mal bekommen wird. Und zwar rede ich in dem Fall von Halloween. Und zwar die, ja, ein bisschen schwierig. Es ist ein Reboot, es ist ein Remake. Ich rede von dem Film von 2018, der jetzt dann ab dem 28. Juni auch bei Prime zu sehen ist. Habt ihr den gesehen? Was haltet ihr von dieser Neuinterpretation? Habt ihr da auch Lust auf die schon angekündigten zwei weiteren Fortsetzungen? Ich bin ja kein großer Horrorfreund, aber die alten Halloween-Filme habe ich eigentlich mal relativ gern geguckt. Ich bin aber jetzt nicht so scharf auf, ich mag eigentlich die Remakes nicht unbedingt. Also ich werde dem vielleicht irgendwann mal eine Chance geben, aber steht jetzt nicht gerade auf meiner Watchliste ganz weit oben. Ja, ich habe ihn, ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn im Kino gesehen habe. Auf jeden Fall, Halloween steht sowieso bei meiner Freundin und mir jedes Halloween eben wieder auf der Liste. Also einmal im Jahr schauen wir das Original von 78. Dementsprechend habe ich mich auch sehr auf diesen hier gefreut. Der ist ja von David Gordon Green inszeniert, der bisher mit Ananas Express und Joe, das ist dieser Nicolas Cage-Film von vor ein paar Jahren, eher in andere Richtungen inszeniert hat. Aber ich hatte viel Spaß mit dem. Der, finde ich, transportiert diese sehr eigene Stimmung von Carpenter-Original sehr schön in die Neuzeit. Da natürlich auch die Musik von John Carpenter tut da natürlich ihr Übriges. Manche werfen dem Film ja vor, dass er sich sehr in den Zitaten und Referenzen verliert. Ich fand das aber durchaus angenehm. Und ich finde, dass der diese Geschichte vom ersten Teil auf jeden Fall besser weitererzählt als der Original zweite Teil. Und ich war auch verwundert, wie schön düster, dreckig, hart der ist. Und freue mich auch sehr auf die beiden, die jetzt noch kommen. Also Halloween Kills soll ja dieses Jahr tatsächlich noch ins Kino kommen. Und Halloween Ends dann nächstes oder übernächstes Jahr, bin ich gerade gar nicht sicher. Die dann jeweils auch von David Gordon Green inszeniert werden. Und danach soll es ja, wie der Titel Halloween Ends schon vermuten lässt, tatsächlich zu Ende sein. Ich meine, wir kennen alle Michael Myers. Vermutlich wird es das nicht sein. Aber ich freue mich sehr drauf, ja. Ja, also ich habe den Film, da bin ich glaube ich genau zwischen euch. Denn ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Bin jetzt auch kein großer Halloween-Fan oder auch kein so großer Horrorfilm-Experte. Aber mich hat der Film aufgrund der Stimmung, die da erzeugt, wirkt schon sehr überzeugt. Und vor allem, ich fand da die Rolle von Jamie Lee Curtis wirklich überragend gespielt. Ja, die quasi älter gewordene, jetzt dann doch sehr badassige Frau, die sich dann von Michael Myers eben nichts mehr gefallen lässt. Ich habe mich schon überzeugt. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt in zwei weiteren Teilen noch funktioniert oder wie das dann die Geschichte weitergeführt werden kann und das dann wieder schnell abgetragen wirkt. Ich bin gespannt, was da noch weiter auf uns zukommt. Aber eigentlich hätte mir dieser eine neue Teil gereicht. Ja, dann haben wir noch einen absoluten Neustart, nämlich einen Film mit Joseph Gordon-Levitt, der auch am 26. dann bei Prime zu sehen sein wird. Und zwar 7.500. Ein Flugzeug-Kammerspiel-Thriller in dem Fall, kann man sagen. Ich glaube, einer von uns hat ihn auch schon gesehen, oder? Ja, genau. Ich habe den damals als Screener bekommen zum Kinostart und habe dann auch für Filmtoast eine Rezension darüber geschrieben. Und ja, im Grunde fand ich den sehr gut. Ist, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, ein Kammerspiel, was fast ausschließlich im Cockpit spielt. Also es geht darum, dass ein Flugzeug von Terroristen entführt wird und Joseph Gordon-Levitt spielt eben den Co-Piloten dieses Flugzeugs. Und dann geht es prinzipiell darum, dass die Terroristen versuchen, ins Cockpit zu gelangen und die Cockpit-Besatzung eben genau das versucht zu verhindern. Und das ist so die Hauptspannung, die der Film erzeugt. Eben sehr klaustrophobisch, sehr beengt. Auch da wieder so ein bisschen wie bei Crawl eben eine sehr tolle Kameraarbeit, wenn man den beengten Platz bedenkt. Zur Hälfte vom Film gibt es einen kleinen Bruch in der Tunnelität. Den muss man akzeptieren. Und entweder findet man die zweite Hälfte dann gut, schlecht oder genauso wie die erste. Mich hat es da ein bisschen verloren. Und vielleicht kann man dem Film noch ein bisschen vorwerfen, dass er nicht genau weiß, ob er eher Thriller oder eher Drama sein möchte. Er meandert immer so zwischen Thriller, Drama hin und her. Aber gerade für einen deutschen Genre-Film, von Patrick Vollreit ist der inszeniert, fand ich den sehr kompetent umgesetzt. Und gerade auch im Prime-Angebot, am 26.06. kommt ja 7500 bei Prime raus. Kann man sich den gerne mal auf die Uhr legen, ja. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Ich glaube, The Guilt heißt der oder The Guilty. The Guilty ist witzigerweise eine meiner ersten Einträge auf meiner Letterboxd-Watchlist. Seitdem ich Letterboxd nutze, ist der auf meiner Watchlist und ich habe es bis heute nicht geschaut, ihn zu gucken. Habe aber eigentlich mega Bock, ihn zu schauen. Ja, weil den habe ich nämlich gesehen und ich habe irgendwo eben einen Vergleich von The Guilty und 7500 gehört. Ich glaube, das war von Antje Wessels, könnte es sein. Aber ja, deswegen, weil ich The Guilty eben auch sehr gut fand und allgemein diese Kammerspiele mag. Und ja, ich sage mal, Flugzeug-Thriller kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Habe ich eigentlich auch ganz gern mal. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an diesen Flightplan mit Jodie Foster. Ja, also habe ich eigentlich Bock drauf. Ja, freue ich mich, nachdem der Kinostart der Corona-Zug. Oh ja, Red Eye auf jeden Fall. Oder auch der, äh, der Commuter hat mir tatsächlich auch ganz gut gefallen. Äh, nee, du meinst, äh, 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 nicht Commuter, war der im Zug. Äh, der andere, andere, non-stop. Ja, richtig, non-stop. Ja, bei den, bei den ganzen kommt man ein bisschen durcheinander manchmal. Ja. Aber wie gesagt, also, okay. Ein auch mal selber Darsteller, selber Regisseur. Ja, exakt. Genau, also, Kinostart ist dem Film leider jetzt verwehrt geblieben. Aber ich denke, bei Amazon werden da reichliche Leute da noch in den Genuss kommen. Ja, Joseph Gordon-Levitt zieht ja auch, oder? Also, ist jetzt vielleicht, also klar. Der hat sich die letzten Jahre ein bisschen rar gemacht. Ja, genau, er hat sich relativ rar gemacht. Er ist ja in anderen Bereichen sehr aktiv. Äh, eher künstlerische Bereiche, ein bisschen abseits vom Schauspiel in letzter Zeit. Aber gerade aus Inception sollte der, glaube ich, noch viel ein Begriff sein. Sodass, er ist ja auch relativ prominent auf dem Plakat. Und ich glaube schon, dass der ordentlich, ordentlich Zuschauer zieht. Das denke ich auch. Ich glaube, von den Filmen haben wir jetzt bei Prime alles durch. Eine Serie gibt's, die jetzt dann ab dem 5.6. schon komplett bei Prime zur Verfügung steht. Und zwar Castle. Da bin ich jetzt kein Experte. Aber ich glaube, der Krischi kann uns da ein bisschen mehr Überblick verschaffen. Ja, gut, ist halt eine schöne alte, also was ist eine schöne alte Serie, aber die gibt's ja schon länger. Die ist ja auch, ähm, schon komplett abgedreht. Und zwar für mich immer besonders gewesen wegen, äh, seines Hauptdarstellers, wegen Nathan Fillion. Der eben, ist ja leider mit Firefly nicht verwehrt, war lange in dieser Rolle zu bleiben. Und danach, glaube ich, kam dann halt eben Castle, wo er halt, ähm, den titelgebenden, ähm, Richard, Rick, Castle, jetzt bin ich mir mit dem Vornamen gerade nicht mehr sicher, ähm, spielt. Der Autor ist von Krimiromanen und irgendwann für eine Recherche, ähm, bei der Polizei reinschnuppert, bei einer, ähm, Polizistin. Und denen dann ab da, also das Typische, was man so von der Serie erwarten kann, der hilft natürlich dann ab da immer, ähm, Fälle zu lösen. Und, äh, die Serie lebt dann halt von eben, äh, ganz, äh, ordentlichen Kriminalfällen, aber vor allem natürlich von diesem Duo, die Polizistin ist Dana Kartitsch, ähm, kann ich allerdings jetzt nicht so viele Beispiele nennen, wo man sie auf jeden Fall herkennen könnte. Ähm. Ähm, und halt Nathan Fleer, der hat halt so eine, so eine gewisse Art, die, finde ich, äh, überragend, der hat so ein ganz verschmitztes Lächeln. Ähm, ich mag auch seine neue Serie, The Rookie, sehr gerne, die dann nochmal ein bisschen in andere Richtungen geht. Ähm, immer wieder ein Highlight, der Kerl. Sehr gut, dann sind wir bei Amazon Prime jetzt durch. Ich würde sagen, wir machen den gleichen Rhythmus jetzt nochmal bei Netflix und fange dann mal mit den Filmen an, die jetzt demnächst zu sehen sind. Allerdings gibt's da bei Netflix weniger Einkäufe, ähm, als in dem Fall auch Eigenproduktionen. Das, den Anfang macht da in dem Fall der Spike, ähm, Spike Lee-Film, ähm, The Five Bloods. Habt ihr da schon was davon gehört? Habt ihr den Trailer gesehen? Habt ihr da Bock drauf? Trailer gesehen, ja, Trailer fand ich sah auch gut aus. Ich bin bei Spike Lee immer so ein bisschen, äh, hin und her gerissen, weil ich nicht alles von ihm cool finde. Also, das ist so ein bisschen Hit und Mist bei mir. Aber der sah schon sehr, sehr cool aus. Ja, den werde ich mal auf jeden Fall anschauen. Hat aber auch eine ordentliche Länge, ne? Geht, glaube ich, über zweieinhalb Stunden. Ja, ich glaube, das ist momentan bei Netflix so in die Agenda. Ist dann der nächste Film, den ich gleich noch anteasen werde. Ist auch mit, äh, ich glaube, 148 Minuten in einer ähnlichen Laufzeit. Aber vielleicht können wir noch kurz mal anreißen, was es denn in The Five Bloods geht. Ähm, und zwar ist es ein, ja, kann man sagen, ein Vietnam-Film. Allerdings kein klassischer Kriegsfilm, sondern es geht mehr um Veteranen, die eben nach ihrer Zeit im Krieg, nach ein paar Jahren später, wieder dort, ähm, landen. Und traumatisiert quasi durch die Kriegsereignisse dann, ja, sind und dort dann auf, ja, ich habe, wenn ich es richtig mitbekommen habe, so auf eine Art Schatzsuche gehen. Ähm, klingt eigentlich ziemlich spannend. Ich denke mal, ähm, dass Spike Lee, wie gesagt, du sagst Hit and Mist, ähm, in dem Fall bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass da was Gutes bei rumkommt. Ja, ähm, dann hätten wir den nächsten großen, wie gesagt, Netflix-Original-Film, äh, mit dem sehr langen Titel The Last Day of American Crime. Und zwar startet der bei Netflix, ähm, am, ich glaube, ich habe mir jetzt kein Datum aufgeschrieben, aber ich glaube am 12.06. Ja, und es ist ein Action-Film von Olivier Megaton, der Name sagt vielleicht dem einen oder anderen was, denn er hat, ähm, unter anderem schon, äh, einen Teil von The Transporter, ähm, gedreht. Oder auch die, äh, den zweiten, äh, den zweiten und dritten Teil von 96 Hours, also er ist wirklich ein Action-Film-Experte, kann man sagen. Und die Darsteller machen eigentlich auch, ja, schon Bock auf diesen Film, also mir zumindest. Edgar Ramirez ist dabei, also der, ja, zuletzt als, äh, Gianni Versace in Erscheinung getreten ist. Dann hat man Charlton Copley, den Südafrikaner aus District 9 am Start und, äh, Michael Pitt ist auch dabei. Ähm, ja, wie geht's euch da? Solche Netflix-Action-Filme sind ja dann, ja, immer entweder, ja, total, ja, belanglos, wie beispielsweise Spencer Confidential, der mir jetzt überhaupt nichts gegeben hat. Ja, ja, oder, ähm, ansonsten jetzt zum Beispiel Extraction fand ich wiederum gut, ähm, wie beurteilt ihr die Qualität dieser Action-Produktionen? Also bei Spencer Confidential, muss ich sagen, hat man einfach sehr viel Potenzial an manchen Ecken, also es ist kein, keine Tortur, den sich jetzt anzugucken, aber, ähm, da hat man, ja, sehr viel Potenzial liegen lassen. Ähm, die Figuren sind da auch nicht so ausgefeilt gewesen bei Extraction, ähm, ist es in dem Sinne auch nicht besser, aber da hat man halt ein starkes Gewicht dann halt auf die Action selber gelegt und die knallt meines Erachtens, äh, sehr gut, äh, lange Zeit, ähm, man kann der Action auch gut folgen, deswegen bleibt es da ein bisschen, ähm, abzuwarten. Gerade wird so ein, also es ist jetzt im Vergleich vielleicht weniger namenhaft als jetzt die beiden anderen genannten Filme, ähm, ich denke, die meisten müssten halt jetzt wirklich bei Edgar Ramirez, Charles de Copley oder Michael Pitt auch nachgoogeln, wer das überhaupt ist, ähm, auch wenn die Gesichter einem dann was sagen. Ähm, daher könnte der Film dann schon vielleicht mal eher, äh, überraschen, kann aber auch komplett in die andere Richtung gehen, ähm, ja, mal abwarten, das geht ja wirklich mal so, mal so. Ja, stimmt. Also ich fand Tyler Rake Extraction, habt ihr gerade auch schon gesagt, sehr gut, also gerade die Action ist wahnsinnig gut inszeniert, fand ich, und ich fand den einfach stimmig und griffig und einfach einen guten Actionfilm, hat man ja auch nicht immer, dass man gute Action sehen darf. Ich fand auch Triple Frontier aus dem letzten Jahr, glaube ich, sehr sehenswert, ähm, allein schon wegen der Riege der Hauptdarsteller, also wenn man da einen Charlie Hunman, Oscar Isaac, Ben Affleck, das sind ja halt schon, schon Namen, die man da hat. Und ja, dann sowas wie Polar, wenn man den vielleicht noch in die Liste mit aufnehmen will, mit Mats Mikkelsen, den fand ich eher, ja, ging so, also den hätte ich tatsächlich, wenn ich da Geld für ausgegeben hätte, hätte ich mich geärgert, so auf Netflix habe ich ihn eben einfach mitgenommen und geschaut. Hat seine Höhepunkte, aber keine Maschine. Genau, ja, hat seine Höhepunkte, ist, hat eine gesunde Härte, würde ich sagen, äh, und ja, der, der ging schon, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was, was jetzt dabei, da rumkommt, ja. Ja, ich denke auch, dass man da eventuell wieder mal, ja, sehr, sehr viele Zuschauer, ich glaube, Tyler Rake hatte ja jetzt den Rekord gebrochen, ähm, von den, ähm, Zugriffen, ähm, ich glaube, in diese Gefilde wird, äh, Wie gesagt, ihr sagt es ja richtigerweise, ist jetzt kein Chris Hemsworth am Start, wo man auf dem Plakat allein durch den Namen schon, äh, die Zuschauer, ja, automatisch an der, ja, dabei hat. Aber ich denke, dass es ein Film ist, der vielleicht langsam, aber sicher dann, ähm, auch ganz viele Zuschauer erreichen wird, wenn sich eben rumsprechen sollte, dass es eben ein überzeugender Actionfilm ist, eben weil man ja momentan dann doch, ähm, noch nicht ins Kino wahrscheinlich wieder kann und den ein oder anderen Actionfilm ja auch mal, ja, dann zu Hause schaut. Und wenn der dabei ist, glaube ich, wird der viele Zuschauer finden. Ja. Einen ganz anderen Film bringt Netflix dann am 26.06. auch, ähm, raus. Und ja, ich glaube, die ersten Bilder waren eher, ja, schon lustig anzusehen. Die wurden letzte Woche, als der Free ESC, also der Ersatz-Eurovision Song Contest von ProSieben ausgestrahlt wurde, in der Werbung platziert. Und es geht nämlich genau um den, ähm, gleichen Song Contest in diesem Film. Ja, vielleicht, Grischi, ich glaube, du hast den Trailer auch gesehen oder was tust, Patrick, ähm, was erwartet uns da oder, ja, was wird das für ein Experiment? Ja, ich hab den, äh, gesehen, ähm, es war ja so, dass da wirklich in der Werbung da zweimal nur der Trailer angedeutet wurde und man sich nur gefragt hat, was war das jetzt gerade? Ähm, weil man auch nicht erkannt hat, wer da gerade, also man konnte nur die Mundpartie vorher sehen. Und, äh, dann lief auf einmal der Trailer und, äh, man, es war einem zuerst nicht klar, was da gerade passiert, obwohl man halt, ähm, den Hauptdarsteller schnell erkannt hat, der auch da letzten Endes hintersteckt, und zwar Will Ferrell. Ähm, neben ihm Rachel McAdams und die spielen wohl ein isländisches oder, ich nenn's jetzt mal skandinavisches, ähm, Duo, das, äh, beim Eurovision Song Contest wohl antreten wird. Und, ähm, ja, Will Ferrell scheint wohl, hab ich mal nachgelesen, ein riesen Fan von, oder ist sehr fasziniert immer gewesen vom Eurovision Song Contest und gewissermaßen Fan davon. Und, äh, ja, jetzt soll halt der Film kommen und wäre der ESC nicht ausgefallen, hätte, so wie ich das verstanden hab, der Film auch schon längst auf Netflix sein sollen, so kommt da halt jetzt was später. Ähm, ich persönlich bin da sehr gespannt, ist, Will Ferrell ist für mich so ein, äh, kann und kann auch nicht. Ich, äh, lieb den in manchen Filmen und in anderen Filmen find ich den einfach nur mega ätzend. Ähm, da ist die, das Spektrum sehr breit gefächert. Insofern freu ich mich da ein bisschen, auch Rachel McAdams seh ich sehr, sehr gerne. Ja, kennt ihr den Film, äh, Popstar? Also den, äh, mit, äh, wie heißt der, Samberg, ähm, also von der, ähm, der von... Andy Samberg. Ja, genau. Ähm, Popstar, Never Stop, Never Stopping. Never Stopping, ja. Also wenn der Film annähernd in diese Richtung geht, hab ich da mega Bock drauf. Aber wie gesagt, wir hatten vorhin den Namen Pierce Brosnan schon mal erwähnt, weil der ist da auch am Start, genau wie Dan Stevens und, äh, Demi Lovato, also ein Star-Potenzial-Mangel ist dieser Produktion auch nicht gerade. Ja. Ja, ich hab bei, bei, bei Will Ferrell immer Flashbacks, weil ich, äh, für Filmtoos damals Holmes & Watson rezensieren durfte. Oh, oh, oh. Und das hat mir einfach, das, also ich muss da immer dran denken, an dieses fürchterliche Stück Film. Ach, ja, deswegen hat es Will Ferrell bei mir immer ein bisschen schwieriger, ähm, ja, also hinter der Kamera ist er ja durchaus, oder auf dem Produzentenstuhl, da kommen wir ja nachher noch zu, da, äh, macht er ja schon ein paar, paar nette Sachen. Als Schauspieler hat er dann immer so ein bisschen, ja, das Gegenteil von Vorschusslobben bei mir, deswegen mal schauen. Ein Film, den wir vielleicht noch kurz erwähnen wollen, in dem Fall, ähm, ein Zukauf bei Netflix, ähm, ist der Film, äh, Planet der Affen, ähm, Survival. Und zwar ist es von dieser neueren Trilogie die, ähm, Abschiedsvorstellung vorerst von Cesar gewesen. Jetzt ranken sich ja momentan die Gerüchte, ob da dieser angekündigte neue Teil dann doch die Geschichte noch weiterführt, oder ob das ein neues Reboot wird. Aber wie fandet ihr diese Trilogie, ähm, oder speziell dann auch den letzten Teil, habt ihr da, ähm, eine Beziehung dazu aufbauen können? Weil ich persönlich fand diese drei Filme wirklich sehr, sehr gut. Ja, also ich bin ein riesen, mehr oder weniger ein riesen Fan dadurch geworden, dass ich auch sage, ich hätte Lust, mir mal die alten Filme anzugucken. Ähm, ich hab mir die deshalb auch mal schon mal in einer Box gekauft, weil ich dann natürlich dem Ursprung auch mal auf, äh, auf den Grund gehen wollte. Ähm, mein erster Kontakt war damals der Film mit Mark Wahlberg, der ja eher so Medium gut war. Hier man gucken kann, aber nicht gucken muss. Und diese neuere Trilogie, die fand ich wirklich vom, vom Start weg, äh, hervorragend, dass, äh, der Start ist zwar anfänglich sehr ruhig, aber das braucht man auch, um dann halt wirklich diesen Impact zu spüren im ersten Teil. Der zweite, der knüpft auch schön nahtlos an und der dritte, der war, der jetzt dann auch erscheint, ähm, ähm, den fand ich, äh, so stark. Das war für mich damals, äh, ich glaub 2017 kam der, ähm, war das für mich so mein Jahreshighlight. Da geb ich dir absolut inhaltlich Hammer. Ja, seh ich eigentlich ähnlich, also ich fand die neue Trilogie auch von vorne bis hinten sehr, sehr stark. Ich hab, glaub ich, zumindest den letzten auf jeden Fall im Kino gesehen, bei den ersten beiden weiß ich's gar nicht mehr, aber jetzt auch schon mehrfach gesehen und gerade auch, äh, animationstechnisch, äh, ist es einfach damals bahnbrechend gewesen und wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen neben eben der, der Lion King Realverfilmung, so das Nonplusultra, wenn's um, ja, Fellanimation oder generell Tieranimation geht. Und ich fand die auch richtig stark. Ich bin, die letzten beiden der neuen Trilogie sind ja von Matt Reeves inszeniert, den ich eh großartig finde, der hat ja, äh, unter anderem Let Me In, also dieses, so finster die Nacht Remake, äh, gemacht, was ich sehr gut find und Cloverfield. Von dem her, ja, also ich fand die sehr, sehr stark, ja. Ja, absolut und ich denke, da ist es auch ganz gut. Haben das Datum nämlich noch nicht erwähnt, dass der schon am 1.6. also zu sehen ist und dadurch müsst ihr gar nicht mehr lange warten, um den Film entweder erstmals für euch zu entdecken oder erneut genießen zu können. Ja, Abschluss einer Trilogie. Abschluss ist in dem Fall vielleicht ein ganz guter Übergang zu den Serien, denn im nächsten Monat gibt's einige Serienfinals bei Netflix zu sehen. Einerseits, ähm, macht den Anfang dann nämlich am 5.6. die, ähm, Serie, äh, 13 Reasons Why oder bei uns Tote Mädchen lügen nicht in der 4. Staffel. Ich weiß nicht, habt ihr da überhaupt mal reingeschaut? Ist es so ein bisschen, äh, ein Guilty Pleasure für euch? Oder ist es überhaupt nicht, äh, euer Gebiet quasi, Teenie-Serien? Also ich bin da komplett raus. Ich hab da bisher noch nichts von gesehen. Also allgemein Teenie-Serien würde ich jetzt, äh, nicht für mich verergemeinern, ob ich da drin bin, aber die Serie war die erste Staffel hervorragend. Die basierte ja auch noch auf dem Buch. Ähm, dann hat man's ja halt weitergesponnen, um der Serie, ähm, ja, dem Erfolg der Serie ja ein bisschen noch auszuschlachten. Ähm, ich fand die zweite Staffel, äh, lange Zeit sehr, sehr anstrengend, dass ich schon überlegt hatte, ob ich aufhöre. Ähm, zum Staffelfinale wurde's dann halt besser. Und mir hat die dritte Staffel dann auch schon wesentlich besser gefallen. Ähm, bin mal gespannt. Äh, Staffel 4 hätt's für mich eigentlich nicht gebrauchen können, äh, brauchen müssen. Aber, äh, es gab halt ja einen, äh, Handlung, kleinen Handlungsstrang, den man ja in Staffel 3 extra offengelassen hat, dass man ja jetzt doch nochmal Staffel 4 daran anknüpfen muss. Ja, also ich bin da, ja, ähnlich wie zum Beispiel bei You, ist das eine Serie, ja, ich würde sagen, wirklich so guilty pleasure, weil eigentlich weiß ich, dass da teilweise wirklich, äh, auch fragwürdige Sachen erzählt werden. Und vor allem, dass dieses Bild, das da, ähm, erzeugt wird von, ähm, einer Highschool, äh, wo eigentlich jeder irgendwelche krassen psychischen Probleme mit sich rumschleppt, irgendwie, ähm, jeder irgendwie Leichen im Keller hat und so, dass das natürlich auch ein bisschen, ja, extrem dramatisierend ist alles. Allerdings, wie gesagt, ist diese, ja, die Musik, die da immer dann die Stimmung erzeugt, die, die darstellerische Leistung und die, dieser Mikrokosmos, den die Serie über jetzt drei Staffeln aufgebaut hat, finde ich schon, ähm, durchaus spannend und bin auch gespannt, wie jetzt, wie du gesagt hast, dieser Cliffhanger aus der dritten Staffel weitergeführt wird. Leicht angedeutet wurde ja schon im Trailer jetzt, in welche Richtung das gehen wird. Ja, schauen wir mal, ähm, wie gesagt, die, ähm, in der dritten Staffel eingeführte Figur, ich glaube, Annie hieß sie, hatte jetzt dann doch eine etwas größere Rolle, wahrscheinlich in der letzten Staffel noch. Und, ja, schauen wir mal, ob die Serie dann nochmal zu alten Höhepunkten, äh, anknüpfen kann und gut zu Ende geht oder ob es dann eher in der Belanglosigkeit ausläuft. Ja, wir haben auch eine Serie, die fünf Staffeln bekommen hat, allerdings nicht von Netflix, sondern, ähm, eingekauft. Ähm, ich glaube, äh, Grigi, du hast es dir markiert, am 1.6. gibt's dann Gossam komplett bei Netflix zu sehen. Hast du die Serie schon gesehen oder, ähm, wirst du es dann erst bei Netflix tun? Nee, ich hab, äh, die Serie tatsächlich die ersten drei Staffeln komplett gesehen. Ich war mitten in der vierten, als ich, äh, irgendwann mal, äh, per Zufall eine Vorschau, ähm, gesehen habe, wo es dann hieß, äh, jetzt die finale Staffel sehen. Und dann hab ich gesehen, Staffel 5, und hab ich mir gedacht, ach, komm, äh, ich kann ja in der Zeit was anderes schauen. War eh noch nicht so richtig, äh, heiß gelaufen wieder in Staffel 4. Es ist ja meist so, dass man, dass der Anfang noch gerade so sich langsam wieder aufbaut, dass man dann erst mal wieder so richtig gefangen wird von einer Serie oder von einer Staffel. Ähm, den Punkt hatte ich jetzt bei Staffel 4 bei Gotham noch nicht ganz erreicht, deswegen fiel es mir noch leicht zu sagen, komm, ich warte und dann wird das in einem durchgerutscht. Ähm, ich freu mich da sehr. Ich mag, äh, den Hauptdarsteller da in der Rolle als James Gordon sehr, sehr gerne. Äh, grundsätzlich, ich weiß, wenn jetzt keiner weiß, worum es geht, es ist praktisch, ja, ähm, thematisiert es, äh, den Zeitpunkt, also es geht im Grunde, wenn man so möchte, um Batman. Es spielt im Batman-Universum. Es geht aber weniger um Batman und Bruce Wayne, sondern halt mehr um Jim Gordon, der als Detective gerade nach Gotham kommt und, äh, einer seiner ersten Fälle ist ein kleiner Junge, dem seine Eltern gerade in der Gasse erschossen werden. Haha, wer ist das wohl? Und man trifft im Prinzip, ähm, viele der später bekannten Bösewichte aus dem Batman-Universum noch als Kind oder man erfährt die Ursprünge des Ganzen und das entwickelt sich auch vielerlei sehr gut, wie ich finde. Also es macht, mir hat die Serie sehr viel Spaß gemacht, was ich anfänglich nicht gedacht hätte. Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Also wer gerade so dieses Batman-Universum mag, ähm, man braucht vielleicht ein paar Folgen, aber nicht sehr lange und man ist da sehr schnell. Ja, macht Spaß. Ja, also ich hab, glaub ich, die erste Staffel mal gesehen und bin dann irgendwie nicht mehr dran geblieben. Vielleicht hol ich's irgendwann mal nach, aber wie gesagt, momentan ist, äh, vor allem an neuen Content auch, ähm, so viel da, dass es wahrscheinlich, äh, irgendwie dann doch noch dauern wird, bis ich da mal reinschauen werde. Genau, wir haben dann noch eine Serie, ähm, die auch eine fünfte Staffel bekommen hat, ähm, und auch damit zu Ende gehen wird. Ähm, Fuller House, und zwar einen Tag nach Gotham bei Netflix am 2. Juni. Full House fand ich ja damals als Jugendlicher, als dann die, ähm, bei RTL 2 im Nachmittagsprogramm wiederholt wurde, ganz, äh, lustig immer. In diese Neuauflage hab ich dann nicht mehr reingeschaut. Habt ihr da mal einen Blick reingeworfen? Mögt ihr die, ähm, ja, die Fortsetzung der Full House-Serie? Also ich schon. Ich dachte, jetzt wollte mal Patrick was sagen. Nee, wir hatten das, glaub ich, im, in der vorletzten oder in einer der letzten Streamcatcher-Ausgaben auch schon mal ganz kurz angerissen. Ähm, deswegen wollte ich dir jetzt den Vortritt lassen, weil ich schon wusste, dass du das geschaut hast. Äh, ich hab Full House damals natürlich gesehen, als eine der großen, ja, Serien meiner, ja, Kindheit, Jugendlich, keine Ahnung. Ähm, hab in Full House jetzt aber noch überhaupt nicht reingeschaut, ja. Ich hab's auch das Interesse, also, genauso wie du sagst, ist, äh, wir sind ja eh derselbe Jahrgang, ähm, Kindheit, Jugend. Ich weiß es aber jetzt auch nicht mehr so ganz. Es ist ziemlich, äh, schleichend waren ja auch damals gute acht Staffeln, also sprich acht Jahre. Also ich glaub, das trifft tatsächlich auf beides dann zu. Also selbst wenn wir mit acht angefangen haben, haben wir es bis zum 16. Lebensjahr mehr oder weniger gesehen. Ähm, deswegen war auch so ein gewisses Interesse, mal reinzugucken. Komm, schau mal rein, ähm, es kann ja nicht so schlimm sein. Es sind 20 Minuten, das kostet jetzt nicht mehr, äh, nicht so viel vom, vom Leben. Und es ist ganz, äh, relativ charmant, äh, fortgesetzt worden. Am Anfang denkt man sich noch so, ja, die setzen jetzt nur auf diesen Nostalgie-Faktor. Das machen die auch, ähm, lange Zeit relativ konsequent. Ähm, es macht aber irgendwie, hat es eine gewisse Eigendynamik dann, ähm, bekommen, dass, es macht Spaß, ähm, es hat so seine eigenen Geflogenheiten entwickelt. Ähm, wer halt die alte Serie mocht, also, für neue Zuschauer, glaube ich, ist es tatsächlich nicht so viel. Da muss man wirklich auf einen gewissen, ähm, Nostalgie-Faktor setzen. Ähm, wobei, eigentlich geht's noch. Ähm, da würde ich eher von einem gewissen Guilty Pleasure sprechen, als, ähm, von Tote Mädchen Lügen nicht, weil es ist wirklich so eine Serie, die kann man einfach mal schnell durchgucken. 20 Minuten Folgen, ich glaube, vielleicht im Höchstfall waren die Staffeln 13 Folgen lang, also das hat man gefühlt, einem Nachmittag kann man das, äh, so wegschauen. Und, ähm, der Humor ist von, wie von früher in etwa gleich geblieben. Es gibt ein paar neue Darsteller, die, äh, recht sympathisch rüberkommen. Immer wieder Cameos von alten Darstellern. Mal schauen, wie die es zu Ende bringen. Mehr muss es auch nicht sein. Also, es ist kein absolutes Highlight, was man gesehen haben muss, aber es tut auch nicht weh, wenn man mal reingeschaut hat. Ja, also ich hab noch zwei weitere, ähm, ja, Sitcoms oder Comedy-Serien, die jetzt bei Netflix starten, und zwar am 9. Juni New Girl, ähm, die 7. Staffel und die 10. Staffel von Modern Family am 20. Juni. Wir haben jetzt aber schon relativ ausführlich, äh, über andere Sachen gesprochen und haben noch viel vor heute. Ähm, deswegen würde ich das jetzt mal dabei belassen. Allerdings kurz ein bisschen ausführlicher eingehen, könnte vielleicht der Chris Union noch auf die vierte Staffel Rick & Morty, die ab dem 17. Juni dann aber nicht ganz, äh, bei Netflix zu sehen sein wird, richtig? Richtig, soll nur die erste Hälfte da sein, ähm, da hab ich auch schon mitbekommen, da waren viele sehr vergrätzt drüber. Ich bin auch so ein bisschen medium verärgert, ähm, man möchte, man wartet ja schon wirklich länger, äh, dass die Sachen auf Netflix dann kommen. Ähm, wer da andere Möglichkeiten hat, der hat das jetzt schon, der kann ja jetzt schon die zweite Hälfte dann auch sehen, aber das ist dann halt angepasst auch an, ähm, die amerikanischen Geflogenheiten. Ja, Rick & Morty ist, äh, ne super, super, ja, das macht einfach Spaß, es ist halt, Persiflash ist jetzt das falsche Wort dafür, aber es ist, es veralbert viele Sachen, die man kennt, viele popkulturelle Sachen, es fängt schon bei der Optik an, äh, äh, Rick, der, äh, der Großvater von Morty ist, der sieht halt nahezu eins zu eins aus wie Doc Brown, äh, passenderweise ist Morty, äh, namentlich, auch, wenn man da mal drüber nachdenkt, äh, Marty, zu ausdrücken, die, äh, Zukunft, Doc, Rick, ähm, ähm, das ist schon gewollt so, das ist alles ja von Dan Harmon so, er, sponnen, der, äh, ja auch durch Community, der Community praktisch auch kreiert hat, was ja jetzt auch sehr viele sehr, sehr mögen, was aber nicht heißt, dass das jetzt eins zu eins der gleiche Humor ist, aber, ähm, wer gewissermaßen mit, äh, dem Humor von Arbit aus Community klarkommt, der kann, hat da vielleicht auch einen Zugang zu dem Humor von Rick und Morty und je mehr man guckt, desto besser werden diese Running Gags und diese, ähm, Wiederholung von Witzen oder, also es gibt da wirklich so schöne Sachen bei Rick und Morty, ähm, die richtig Spaß machen, aber man muss halt auch einen gewissen Draht zu so abgedrehten Sachen a la South Park, äh, Drown Together oder so schon gehabt haben, dass man vielleicht auf den, dass man mit dem Humor auch wirklich was anfangen kann. Ja, also ich bin mit dem Humor bislang noch nicht warm geworden, ich hab vereinzelte Folgen gesehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch der, äh, Zeichenstil, der mich nicht so anspricht, vielleicht muss ich irgendwann mal so zehn Folgen am Stück schauen, um wirklich mal in diesen Flow reinzukommen, aber Rick und Morty hat, ähm, vielleicht muss ich mich da in dem Fall outen, mich jetzt noch nicht abgeholt bislang. Ja, ich hatte mal in, ich glaube bis zum Ende der zweiten Staffel hatte ich's gesehen und fand's auch sehr, sehr gut und hab dann irgendwann den großen Fehler begangen und hab angefangen, das nebenbei zu schauen, was gerade bei Rick und Morty, glaube ich, ein, wie gesagt, großer Fehler ist, weil da ja so viel passiert, äh, gerade im, im Bild, wenn man da nicht aufmerksam bei der Sache ist, verpasst man, glaube ich, 80 Prozent der Gags und der Anspielungen und der Referenzen und da hat's mich dann in diesem, in diesem Zuge ein bisschen verloren. Ich glaube, wenn jetzt die vierte Staffel komplett ist, werde ich mir das nochmal am, am Stück geben. Ja, nicht, ähm, ablenken lassen, nicht, äh, voll Aufmerksamkeit für eine Serie aufwenden, ist genau das richtige Stichwort, denn, ähm, ähm, ich glaube am 27.06. ist es, startet nämlich die deutsche Netflix-Produktion Dark in die finale Staffel und ich weiß nicht, habt ihr die Serie gesehen? Ich glaube, es gibt wohl keine Serie, bei der man, äh, aktuell mehr Aufmerksamkeit, ähm, beim Zusehen verwenden muss, um nicht, äh, den Faden zu verlieren. Ja, oder, oder irgendein großes Guilty Pleasure für Ahnenforschung haben, dass man da einen einfacheren Bezug zu hat. Äh, ich hab's gesehen, ich hab's auch sehr genossen und hab jetzt, ich glaube, die ersten zwei Staffeln jeweils auch schon doppelt gesehen, und werde jetzt vor dem Start zur dritten Staffel, werden wir uns auch nochmal die ersten zwei Staffeln anschauen, weil man da ja, also das Ende der zweiten Staffel wollen wir natürlich nicht spoilern, aber es, äh, mutet da schon an, dass es in der dritten Staffel nicht unbedingt unkomplizierter wird. Und, ja, ich hab den Trailer zur dritten Staffel gesehen und hatte direkt Gänsehaut, dieser ein-Minuten-Kurz-Trailer von Netflix. Das ist einfach von der Musik her über die Inszenierung, gut, man kann drüber, drüber streiten, ob das Hölzernes deutsches, typisch deutsches Theaterschauspiel teilweise ist, ist es mit Sicherheit, weil eben das ja noch die normale Laufbahn der deutschen Schauspieler ist, dass die am Theater lernen und das merkt man der Serie schon an, aber es hat mir noch nie so leicht gefallen, es ist mir noch nie so leicht gefallen, darüber hinweg zu sehen, weil die Story einfach bombastisch ist und die Inszenierung ist super und ich freue mich wahnsinnig auf die dritte Staffel. Ja, ich denke, es wird für mich auch wahrscheinlich eins der Highlights dieses Jahres werden im Serienbereich. Ich schaue wirklich sehr viele Serien und habe auch bei Netflix ganz, ganz viele Eigenproduktionen gesehen und unabhängig davon, dass es jetzt ein deutsches Format ist, es ist wirklich, würde ich sagen, meine Top 3 von allen Netflix-Serien und da bin ich wirklich gespannt, ob die das zu einem guten Abschluss bringen und ja, ob die sich nicht eventuell mit dieser, ja, ich sag mal, noch zunehmenden Komplexität in der dritten Staffel irgendwie dann doch übernehmen. Aber was ja zumindest schon mal positiv stimmt, ist, dass es von Anfang an konzipiert war als drei Staffeln und dann ist Schluss. Das hat dann auch noch mal der, also ganz am Anfang gab es da ein Event, ich weiß nicht, ob das von Netflix ins Leben gerufen wurde, da wurde auch hier in München wurden die ersten drei Folgen, glaube ich, im Kino gezeigt und da war ich dann vor Ort mit meiner Freundin und da war der Baran Booda, also der Regisseur von dem Ganzen, der das ja gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin geschrieben hat, auch vor Ort und da war es halt noch völlig unklar, dass das so ein wahnsinniger, auch internationaler Erfolg war, da war er dann noch auf der Schiene und hat das hinterher auch im Podium, in der Podiumsdiskussion gesagt, ja, wenn Netflix das gefällt und es genug Leute gucken, dann gibt es da noch zwei Staffeln von und das ist schon positiv, dass das eben von Anfang an so konzipiert war und ich glaube, sie von Anfang an auch eine Idee hatten, wie sie das Ganze zum Ende bringen, sodass uns das viel, viel besungene Lost Desaster, glaube ich, da erspart bleibt. Ja, also ich hoffe es auch und ich denke mal, wenn uns der Kopf nicht explodieren wird, werden wir dann in der nächsten Streamcatcher-Folge auch ein bisschen ein Resümee nochmal über die dritte Staffel hören lassen. Ja, dann nehmen wir vermutlich ein paar Tage später auf als der typische Aufnahmetag, weil wir müssen es ja dann noch schauen, wenn es am 27.06. rauskommt. Aber vielleicht, vielleicht eine Sonder... Ich werde es wieder früher kriegen. Du wirst es früher kriegen, ja, stimmt. Eine kleine Sonderfolge, Philipp, mal schauen, mal schauen. Hätte sie es, sie hätte es verdient, die Serie, zumal sie hat es auf jeden Fall verdient. Wirklich diese Komplexität. Ich habe damals mal gesagt, ich glaube, dafür müsste man fast schon studiert haben im Nachhinein, um das nochmal zusammenzukriegen. Ohne Rewatch würde ich mich gar nicht mehr in die dritte Staffel rantrauen, weil... Ach ja, das ist ja, wie schon richtig gesagt wurde, also du brauchst ja nur einmal eine Nachricht bekommen, runtergeschaut haben, du hast schon zwei Aspekte wieder verpasst und wärst raus aus der ganzen Sache. Ich muss sie so häufig mal zwei, drei Minuten zurückspulen. Einfach um gerade zu verstehen, was ich da gerade gesehen oder gehört habe. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. Das ist doch ein sehr gutes Schlusswort jetzt für dieses Kapitel unseres Podcasts, dass wir jetzt die Neustart komplett abgearbeitet haben und ich würde sagen, wir wechseln jetzt mal zu dem, was wir den letzten Monat über die Streaming-Anbieter jeweils gesehen haben. Da haben wir nämlich auch einiges an Material. Und ja, fangen wir doch mal direkt mit einer Serie an. Wir haben vorhin schon mal über 7500 im Flugzeugcockpit gesprochen. Da gibt es eine Serie aus Belgien, die jetzt bei Netflix gestartet ist, die ja fast eine ähnliche Prämisse mitbringt, anfangs zumindest. Ja, Patrick, ich glaube, du kannst mal kurz über Into the Night den Zuschauer, der es noch nicht gesehen hat, aufklären, oder den Zuhörer besser gesagt. Was erzählt uns die Serie? Das ist eine sehr gute Frage. Also erst mal hat sie mich relativ schnell gecatcht, weil mich das Ganze an eine Stephen-King-Verfilmung erinnert hat, dazu aber später vielleicht ein bisschen mehr. Also es geht darum, dass ein Flugzeug entführt wird, eben ganz analog zu 7500. Von einem Mann alleine wird das Flugzeug entführt. Und er möchte aber kein Lösegeld oder ähnliches, sondern er will, dass das Flugzeug einfach stoisch Richtung Westen fliegt. Und das kommt auch, ist auch kein Spoiler, weil das direkt in der ersten Folge sagt wird, er möchte das, weil er glaubt, dass die, dass das Flugzeug eben in der Nacht fliegen, weiterhin in der Nacht fliegen muss, weil die Sonne die Menschen tötet. Und es kommt auch relativ schnell raus, dass daran irgendetwas zu sein scheint, weil es da Nachrichtenberichte gibt von Leuten, die eben beim Sonnenaufgang verstorben sind. und ja, dann spielen zumindest die ersten Folgen dieser Serie eben in diesem Flugzeug und es wird langsam versucht, auseinander zu stückeln, was denn da dran ist und auch, was die einzelnen Passagiere für Päckchen mit sich rumtragen, denn, und das ist ein großer Punkt in der Serie, tatsächlich jeder dieser paar Passagiere an Bord hat sein Päckchen und es wird auch sehr ausgiebig dann erklärt, was dieses Päckchen ist und wie die miteinander in Verbindung stehen und Konflikte werden natürlich ausgetragen und im Grunde ist es ja, eine Mystery-Serie, könnte man meinen. Ich habe mich, wie gesagt, sehr oft an Langoliers erinnert, das ist ja eine Stephen-King-Verfilmung, ich glaube, irgendwann aus den 90ern, eine TV-Verfilmung, die so lange super ist, bis die CGI-Effekte ins Spiel kommen, dann wird es fürchterlich, wer das vielleicht gesehen hat. Ja, und Into the Night, ich meine, ich hatte schon großen Spaß damit, die Kollegen von Butter Binge haben es schöner Schund genannt und da gehe ich eigentlich mit, weil man schon an ein paar Ecken und Enden merkt, dass das alles sehr überzeichnet ist, also die Charaktere sind sehr überzeichnet, das Schauspiel passt sich ein bisschen dran an und ja, das sind teilweise Entscheidungen, die da getroffen werden, wo ich einfach Kopfschüttelnd vor dem Fernseher saß und dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein, aber wegen dieser interessanten Prämisse hat es mich dann doch irgendwie gecatcht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja, also ich habe die Serie glaube ich in einem Zug durchgeschaut, man muss dazu sagen, die Folgen sind wirklich, ich glaube maximal 35 Minuten lang. Schön knackig, ja. genau und es sind quasi auch die Titel, die einzelnen Charaktere, also jede Folge beginnt dann mit einem Flashback zu einer früheren ja, Zeit quasi jeweils im Leben der Passagiere oder halt teilweise auch der Crew Mitglieder und ja, also wie du gesagt hast, es ist jetzt nicht unbedingt die logischste Serie oder wenn ich jetzt einen Piloten fragen würde, ob das realistisch ist, würde er wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, also wenn ich dann eine Szene beispielsweise denke, ein kleiner Spoiler vielleicht, wenn man eine Person auf einer Toilette im Flugzeug einsperrt, also ich war noch nie in einem Flugzeug, wo die Toilette von außen zusperrbar war, weiß nicht, wie es euch geht, also wenn man mal so drüber nachdenkt, weil normalerweise wird ja die Toilette von innen abgesperrt, also nur so als Beispiel, die Serie, logisch hinterfragen darf man sie nicht, aber sie ist sehr intensiv und kurz und knackig und es ist wie gesagt eigentlich wieder mal ein Kammerspiel, weil größtenteils spielt es dann doch innerhalb dieser Passagiermaschine und es ist auch zumindest das ist gut erklärt, weshalb eben dann doch wenige Passagiere an Bord sind und die werden eigentlich alle relativ gut auch charakterisiert, also das macht eigentlich schon Laune, dann vor allem mit den ein oder anderen Figuren sich auch noch ein bisschen ja, näher identifizieren zu können, also meine Lieblingsfigur war ja der, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, den Mehmet Kurtulusch da spielt, also den fand ich wirklich klasse und ja und ohne jetzt wie gesagt so viel vorwegzunehmen, das Ende ist offen und so wie es aktuell aussieht, wird auch eine zweite Staffel gemacht werden. Hast du da Bock drauf, Patrick? Ich glaube, du hast es ja auch fertig gesehen. Ich habe es fertig gesehen, ja, ich habe da schon Bock drauf, wie gesagt, also die Prämisse finde ich so stark, dass die mich komplett durch die Serie, durch die erste Staffel getragen hat und es gibt ja, wenn man im Internet sich ein bisschen durch diverse Newsseiten durchforstet, schon ein paar, ja, ich weiß nicht, ob es Leaks sind oder ein paar Ideen, was daraus werden könnte und da sind schon ein paar ganz interessante Sachen dabei und ich werde da auf jeden Fall dranbleiben. Ja, dann wechseln wir doch mal zum nächsten Serie, bleiben wir nochmal bei Netflix und ja, eine Serie, die jetzt in eine zweite Staffel gegangen ist, ist die Serie Dead to Me. Ich glaube, Grigi, du hast erst bis vor einigen Minuten, kann man sagen, die erste Staffel nachgeholt. Was hältst du von der Serie? Ist das in dem Fall dein Humor? Ach ja, das war Patrick, okay. Genau. Genau, dann kannst du vielleicht mal kurz einordnen, ist das, ist ja dann doch eine Drama-Serie, Comedy, neuer Mix. Ja, hat es dich gepackt? Willst du die zweite Staffel jetzt auch schauen? Hat mich auf jeden Fall gepackt, ja. Das ist etwas, was mir von diversen Seiten schon empfohlen wurde, zuletzt von meiner Freundin, die das sehr begeistert geschaut hat und sie hat jetzt auch nochmal komplett die erste Staffel mit mir geschaut und ich bin sehr unterhaltend, ich habe mich sehr unterhaltend gefühlt und es sind ja auch eben ähnlich wie bei Into the Night relativ knackige Folgen, so grob eine halbe Stunde geht eine Folge, die erste Staffel hat zehn Folgen, also geht es einigermaßen schnell durch und hat einen sehr, sehr düsteren, aber wie ich finde, passenden Humor. Es geht eben um eine, vielleicht ganz kurz angerissen, worum es geht, es geht eben um eine Immobilienmaklerin und um eine zweite Frau, die langsam eingeführt wird und die Immobilienmaklerin hat ihren Mann bei einem Autounfall verloren, der wurde überfahren und der Fahrer hat Fahrerflucht begangen und der Mann ist dann da vor Ort gestorben und sie versucht eben herauszufinden, wer das war und ist parallel in einer, ja in einer Art Selbsthilfegruppe eben für Trauerbewältigung und lernt da eben eine zweite Frau kennen und freundet sich mit ihr an. Ja und dann, ich denke alles weitere sollte man dann selber erkunden, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube das reicht so grob als Inhaltszusammenfassung, hat wie gesagt eine ordentliche Prise Humor, sehr düsterer Humor, sehr schwarzer Humor, ist ja auch von und deswegen vorhin die Referenz nochmal von Will Ferrell unter der andere mitproduziert und von Adam McKay und hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja wie du gerade richtig gesagt hast, Jan, just vor dem Podcast die erste Staffel beendet, die ja auch mit einem ordentlichen Cliffhanger aufhört und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, deswegen werde ich jetzt auch hier keine Silbe über die zweite Staffel verlieren, ich habe sie nämlich schon komplett auch gesehen, aber nachdem ich weder den Zuhörern noch den Mitrednern hier den Spaß verderben will, kann ich nur so viel sagen, die zweite Staffel hält das Niveau, überrascht wiederum an der einen oder anderen Stelle ähnlich wie die erste und endet genau wie die erste wieder mit einem Cliffhanger, der die schon, glaube ich, bestellte dritte Staffel dann sehnlichst erwarten lässt. Ja, also wie gesagt, vielleicht, wenn man sowas wie Santa Clarita Diet gesehen hat, das geht ein bisschen in andere Richtungen, aber ist auch diese Art von Netflix Serie, die einen dann mit einem relativ schönen Humor dann catcht, so war es bei mir bei Santa Clarita auch und bei Dead to Me, falls einem die Hauptdarstellerin bekannt vorkommt, der muss da ein bisschen in den tieferen Hirnwindungen graben, denn das Ganze ist Christina Applegate aus eine schrecklich nette Familie, genau. Da habe ich tatsächlich auch mehrere Folgen gebraucht, bis ich das herausgefunden habe. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, ja, sollte man sich anschauen. Ja, jetzt haben wir mal eine Serie von Prime als nächstes auf dem Zettel stehen, Dispatches from Elsewhere. Ja, ich war ja hellauf begeistert von der Serie. Geht's euch auch so? Wer hat sie gesehen und wer kann vielleicht kurz erklären, um was es geht, ohne zu spoilern? Ich hab noch nichts davon gesehen. Okay, ja, ohne zu spoilern ist bei der Serie nicht so einfach. Vielleicht erst mal das Offensichtliche, also Hauptdarsteller ist Jason Siegel, den man am ersten aus How I Met Your Mother natürlich kennt, mit seiner Rolle als Marshall in How I Met Your Mother, ja, ich denke, man kann sagen, weltberühmt geworden. Und der spielt eben in der Serie Dispatches from Elsewhere Peter. Und Peter führt ein relativ unspektakuläres Leben als Informatiker bei einem Musikstreaming-Dienst und lebt, ja, mehr oder minder in den Tag hinein und stößt eines Tages beim Heimweg von seiner Arbeit auf ein paar Flugblätter, die seine Aufmerksamkeit erhaschen. Und auf den Flugblättern wird von einem relativ geheimnisvollen Jejun-Institut erzählt. Und er glaubt eben, dass durch das, was dort auf den Flugblättern angepriesen wird, er so ein bisschen aus seiner, aus seinem Alltagstrott heraus kann. Das erinnert dann vielleicht schon jetzt in der ganz kurzen Zusammenfassung ein bisschen an Finchers The Game. Da geht's ja auch um so ein Institut, was so ein bisschen das Leben auf links krempeln möchte. Und ja, viel mehr sollte man, glaube ich, dazu der Serie auch gar nicht sagen. Oder Jan, hättest du da noch irgendwelche Ergänzungen ohne zu spoilern? Ja, ich würde vielleicht kurz noch auf die weiteren Cast-Mitglieder eingehen. Da ist einmal eben die, also Entry 3000, also Entry Benjamin von Outcast, spielt einen, ja, sehr, ja, kann man sagen, heißt Fredwyn, einen, der auch dann Teil von diesem Spiel wird. Dann, ich fände mir gerade den Namen nicht ein, die ältere Dame, verstehe ich gerade auch. Sally Field. Sally Field, ja. Spielt eine sehr, ja, interessante Figur und dann die dritte im Bunde, äh, die vierte im Bunde quasi, die dann, äh, noch Teil dieses, ja, Rate-Teams ist, ist eben eine, ja, auch junge Schauspielerin, ähm, die auch einen exzellenten Job macht. Und ich finde, allein die Dynamik in diesem Team ist schon sehr sehenswert und sehr liebevoll. Ja, Richard D. Grant spielt dann, äh, quasi einen, ja, man darf man jetzt gar nicht spoilern, was genau, aber die Erzählweise der Serie ist wirklich sehr interessant, äh, innovativ, würde ich sagen. Und ja, ähm, was mich vor allem überzeugt hat, das ist natürlich jetzt ein kleiner Appell an die Zuhörer, ähm, der Serie eine Chance zu geben und vor allem durchzuhalten, durchzuhalten, ist dann, ähm, ja, ein sehr persönlicher, unerwarteter, ähm, Twist, den die, ähm, ja, die letzte Folge dann, ähm, bekommt. Und da hatte ich wirklich teilweise wirklich, äh, fast schon Kloß im Hals. Ich weiß nicht, wie es, wie es dir da ging, aber ich fand es wirklich herausragend, wie man als, ähm, ja, Serienmacher so offen mit sowas umgehen kann, ohne jetzt, wie gesagt, ins Detail zu gehen. Hat mich wirklich sehr berührt. Ja, sehe ich genauso. Also ja, bei dem, bei dem letzten Twist oder bei der Offenbarung, wenn man so will, hatte ich auch durchaus ein Kloß im Hals. Äh, da, das geht mir ganz wie dir. Und auch vorher ist die Serie ja nicht arm an Twists. Also da geht's schon ordentlich, ordentlich, äh, von links nach rechts und wieder zurück. Und interessant ist ja, wenn man sieht, dass das Ganze auf einer Doku basiert und die Doku erzählt eben eine tatsächlich passierte Geschichte. Also dieses Jejun-Institut gibt es tatsächlich wirklich. Und, äh, das bringt dann nochmal eine ganz andere Ebene da mit rein, wenn man weiß, dass das nicht hundertprozentig Fiktion ist. Teile sind natürlich Fiktion. Aber im Grunde basiert's eben auf einer Dokumentation. Fiktion. Und ja, ich fand, dass die Serie sich zwischenzeitlich ein bisschen verliert. Also so ein, zwei Episoden im Mittelteil fand ich nicht, äh, die haben so das Tempo nicht gehalten, was so der Anfang hat und auch nicht diesen Impact gehabt, den das Ende hat. Aber ich denke, das ist ja auch mehr oder minder normal in der Serie, dass nicht alle Folgen das Niveau halten können. Aber ich fand's auch, ich fand's auch toll. Ja, also wer jetzt noch mehr erfahren will und ebenfalls ohne Spoiler, kann gerne in meine, ähm, ausführliche Rezension bei Filmtost.de mal reinschauen. Ich glaub, die Serie hab ich auch wirklich wohlwollend, ähm, dann dort bewertet. Ja, und eine andere Serie, die jetzt bei Netflix auch, ähm, gestartet ist. Wir haben's vorhin im ersten Teil schon mal angesprochen. Spanien war das Stichwort, ist die Serie White Lines. Ich weiß nicht, glaub, da, die hab ich als einziger wahrscheinlich gesehen. Ich hab sie nicht gesehen, ne? Hab's auch noch nicht geschafft. Ja, ich geh nur kurz darauf ein, ähm, weil's, wie gesagt, ähm, Haus des Geldes ist ja nur doch einer der größten Hits von Netflix und wenn sich dann die Macher dieser Serie eben mit der Produktions, äh, Firma, die hinter The Crown steckt, zusammentut und ein neues Projekt ankündigt, dann kann man als Serienfans schon mal hellhörig werden. Und eben White Lines ist eben genau das, ähm, Produkt, das aus dieser, ähm, Kollaboration jetzt entstanden ist. Es geht um eine, ja, Mördersuche, beziehungsweise eine Mordaufklärung auf der, äh, Partyinsel Ibiza. Ein DJ ist vor 20 Jahren, ähm, verschwunden, beziehungsweise, ähm, wahrscheinlich verstorben, ähm, und wird dann eben, die Leiche wird gefunden und dessen Schwester, ähm, kehrt dann auf die Insel zurück, um der Sache auf den Grund zu gehen und gerät dann dort in, ja, Clan und, ähm, Drogenmilieus hinein und, äh, versucht gleichzeitig dann, ähm, ihr eigenes Leben in den Griff zu bekommen. Und ja, es ist, denke ich, schon die gleiche Zielgruppe wie Haus des Geldes, aber es ist eine Serie, die durchaus Spaß macht. Also, ich hatte wirklich, ähm, weniger erwartet und hatte dann doch, äh, war doch positiv überrascht, dass die Serie mich so in den Band ziehen konnte. White Lines, wie gesagt, auch eine Empfehlung meinerseits. Hm, cool. Ja, dann, ähm, als nächstes auf der Liste würde ich mal sagen, was machen wir da jetzt, ähm, geben wir mal kurz noch, bevor wir auf den, äh, würde ich sagen, größten Serienstart mit im ersten Halbjahr für Netflix eingehen, ähm, nochmal auf die Serie, ähm, The Last Dance ein, weil ich glaube, der Grischi hatte kurz mal reingestehen, oder? Ja, ich hatte die ersten drei Folgen bis jetzt gesehen, ich glaube, acht sind es oder nicht, zehn müssten es sein. Die wurden ja auch immer nur zwei Folgen, äh, jetzt über ein paar Wochen gestreut, sag ich jetzt mal. Und ich habe jetzt die ersten drei Folgen gesehen und, äh, es macht mehr oder weniger Lust auf mehr. Es ist halt wirklich eine, äh, sehr ausgiebige Dokumentation, äh, von damals jetzt nicht nur diese eine Saison der Chicago Bulls, ähm, 96, 97, oder was ist jetzt 97, 98, ich bin schon ganz durcheinander, äh, beleuchtet. Deswegen bin ich auch durcheinander, was die Zeit angeht, weil man, es ist natürlich zur Hälfte einfach eine Doku über Michael Jordan. Äh, auch eine gewissermaßen, so hat es das Gefühl, so ist es teilweise das Gefühl, äh, eine gewisse Beweihräucherung von Michael Jordan. Ich bin dann noch gespannt, wie das noch weitergeht. Aber man beleuchtet auch tatsächlich andere Teamkollegen. Also in den ersten drei Folgen sind auch, äh, Scotty Pippen oder Dennis Rodman auch ein bisschen noch mehr beleuchtet worden. Ähm, da bin ich noch gespannt, wie es noch weitergeht. Das ist doch schon interessanter, als ich es zunächst vermutet hatte. Und ja, hattet ihr schon was reingeguckt weiter oder in der Trailer? Also bei mir ist es oftmals so, wenn ich weiß, dass eine Serie nur wöchentlich, äh, eine neue Folge oder in dem Vergleich waren es immer zwei Folgen pro Woche, ähm, release, dass ich warte, bis es abgeschlossen ist und ich denke, dass ich jetzt, wenn ich die nächsten Tage mal ein bisschen Luft hab, dann an ein, zwei Tagen die Serie durchschauen werde, weil thematisch interessiert es mich sehr. Und die Stimmen sind ja dann doch, ähm, mehr als positiv. Ja, geht mir genauso. Also ich bin eigentlich nicht so im, im Basketball-Thema drin. Ähm, Michael Jordan natürlich ist mir auch ein Begriff. Das, äh, geht glaube ich vielen so. Aber die Serie wird ja so positiv aufgenommen, dass die ja glaube ich auch für, ja, nicht Basketball-affine, äh, Leute interessant ist und durchaus unterhaltsam sein soll. Ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ja, ich habe jetzt noch zwei weitere Serien zwar auf der Liste stehen gehabt, aber wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, wir sind jetzt doch schon sehr fortgeschritten, würde ich sagen, ähm, ich verweise nur kurz drauf und zwar Little Fires Everywhere und Space Force, ähm, sind zwei Serien, einmal bei Netflix, Space Force, die jetzt am, äh, 29. Mai startet, beziehungsweise gestartet ist, wenn dieser Podcast rauskommt. Und, ähm, die Serie Little Fires Everywhere ist bei Amazon Prime seit dem 22. Mai zu sehen. Ähm, darüber werde ich, ähm, bei dem Podcast serienweise, ähm, nochmal ausführlicher sprechen und vielleicht sogar, ähm, noch eine Kritik schreiben. Ähm, und jetzt würde ich sagen, reden wir mal über eine Serie, die, wie gesagt, wöchentliche Ausstrahlung hatten wir gerade bei Last Dance. In dem Fall, ähm, ist es eine Serie, die schon eine filmische Adaption vorher bekommen hat und jetzt auch wöchentlich neu bei Netflix, ähm, zu sehen ist. Ähm, die ersten zwei Folgen waren jetzt schon, äh, rausgekommen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich rede von Snowpiercer. Ja, ähm, habt ihr den Film beide gesehen? Ähm, was haltet ihr davon, jetzt nochmal neu, ähm, in den Zug zu steigen? Ist das für euch ein Hypetrain oder eher ein Bummelzug? Äh, ja, gute Frage. Also, ich mag den Film sehr, so wie eigentlich fast alles von Bong Joon-ho, was ich bisher gesehen habe. Ich finde, das Einzige, woran der Film ein bisschen krank, sind die Special Effects, äh, die nicht sonderlich toll aussehen, was natürlich klar dem Budget geschuldet war. Aber die, die ganze Prämisse von Snowpiercer, ich meine, das Ganze basiert ja sowieso schon auf einer Graphic Novel. Dieses Arm gegen Reich, äh, Bild in einem Zug bietet natürlich auch Potenzial für eine Serie, ganz klar. Ähm, und von den ersten beiden Folgen, die man ja aktuell über Netflix schauen kann, war ich auch durchaus recht angetan. Also, man merkt ja schon schnell, dass das ein bisschen in eine andere Richtung geht als der Film und andere Geschichten erzählt werden, eben in der gleichen Rahmenhandlung natürlich. Aber es geht da ja erst mal um einen Mordfall, der auf dem Zug passiert ist, der eben ermittelt werden soll, in dem ermittelt werden soll. Und bisher bin ich da recht angetan und bin gespannt, wohin es noch geht. Ja, also mir geht's auch so. Und ich war nur überrascht, weil ich jetzt dann doch mal online ein bisschen Kritiken schon mir durchgelesen habe und auch bei IMDb das Rating gesehen habe und war jetzt dann doch, ähm, erstaunt, wie schlecht die Serie aufgenommen wird. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Erwartungen so hoch waren oder ob da Leute bewusst versuchen, jetzt, ähm, die Bewertung nach unten zu reden, weil sie eben allgemein jetzt gegen eine Neuverfilmung waren, kann ich nicht richtig deuten. Denn ich bin, wie gesagt, auch positiv eigentlich jetzt nach den ersten beiden Folgen, ja, von der Serie überrascht worden, weil ich mir eben auch, äh, ja, das ist jetzt ein kleiner, äh, wäre jetzt ein kleiner Spoiler, aber ein Twist quasi am Ende der ersten Folge geht ja dann doch in eine andere Richtung wie, ähm, der Film. Und ich finde vor allem die Hauptdarstellerin, äh, Jennifer Connelly ist immer sehenswert, ähm, und auch der David Dix, der wird später nochmal vielleicht kurz erwähnt werden, macht auch einen guten Job. Und ja, ich gebe dir einerseits recht, also außen die Aufnahmen vom Zug, finde ich eher, hm, also CGI hat man anscheinend auf der Budgetliste nicht als teuersten Punkt ausgeschildert, um es mal so zu sagen. Aber innen macht es eigentlich schon einen sehr wertigen, sehr gut ausgestatteten Eindruck. Ich in der zweiten Folge da beispielsweise an diesen, ich glaube, in der zweiten Folge war es erst, ähm, diesen, ja, Gewächshausabteil, denke, oder diese, ähm, ja, Viehstation und so. Also innen schaut das wirklich sehr gut aus, die Kostüme sind toll. Und ja, die Handlung ist, ich glaube, irgendwo habe ich ein bisschen spöttisch gelesen, hat einer von, ähm, quasi CSI, äh, im Zug gesprochen. Ja, bislang ist natürlich diese Ermittlungsarbeit jetzt im Fokus und ansonsten ist noch nicht so viel passiert. Allerdings glaube ich nicht, dass man realistischerweise jetzt bei einer Serie, die dann doch zehn Folgen hat und dann eine zweite Staffel schon angekündigt ist, ähm, mit so einem dichten Action-Konstrukt rechnen konnte, wie jetzt, äh, in einem Spielfilm, ja, da geboten wird. Also ich denke, dass, ja, also ich finde, dass die Atmosphäre ist gut, äh, fängt das ganze, ähm, Setting wirklich perfekt ein, finde ich. Und, ähm, man ist nach zwei Folgen eigentlich noch nicht wirklich schlau, wohin die Reise, wieder eine Zugmetapher, äh, wohin die, wohin die Reise denn gehen wird. Also ich habe den Verdacht, sage ich mal so, dass es relativ schnell dann aufgeklärt sein wird, was es mit dieser Ermordung auf sich hat und dass es dann doch wieder vielleicht in diese, äh, Schiene zurückgeht, ähm, und dann doch wieder ein bisschen diese Rebellion, äh, in den Mittelpunkt stellt. Aber weiß ich nicht, wie gesagt, das ist nur eine Mutmaßung. Ja, kann man ja drauf gespannt sein. Also ich habe den Film jetzt, äh, nochmal extra vorher ab, äh, mir angeschaut, um nochmal besser vielleicht Vergleiche setzen zu können. Und was mir tatsächlich da auch jetzt schon besser gefällt, ist einfach, ähm, oder was die Faszination am Film, fand ich, war, war natürlich auch, wenn die durch die Waggons gegangen sind und man die verschiedene, äh, Waggons sehen konnte. Und dieses, dieser kurzen Zeit, dieses Worldbuilding. Und da finde ich jetzt schön, wenn man sich jetzt in Ruhe diese Welt erforschen kann. Und die haben ja nicht umsonst, glaube ich, jetzt die Waggons auch ein bisschen erhöht. Ich meine, im Film waren es nicht mal ansatzweise so viele, ähm, wie direkt zum Start der Serie angekündigt. Also man kann ja echt, man muss ja auch irgendwie, ähm, Möglichkeiten bieten. Also es bieten sich ja mehrere Möglichkeiten, da einfach, ähm, die Geschichte anders laufen zu lassen. Wäre ja langweilig, wenn man es einfach, äh, nur die ganze Zeit mal Mordfälle machen würde oder wenn man es in die eine oder andere Richtung, man darf ja gespannt sein. Also ich denke auch, die schlechten Kritiken kommen auch einfach, weil die sauer sind, dass sie jetzt nicht durchspinchen können. Ich finde es sowieso immer schwierig, dass IMDb die Wertung für eine Staffel schon freischaltet, wenn, wenn erst eine Folge, ähm, zur Verfügung steht. Weil das natürlich viele dann vom Einstieg schon mal vielleicht abhält. Also meiner Meinung nach wäre es sinnvoller, erst, ähm, überhaupt eine Serie bewerten zu lassen, wenn, äh, komplett mal eine Staffel, ähm, raus ist. Mhm, ja, sehe ich ähnlich, ja. Ja, ich glaube, Patrick, du hast noch gar nicht deinen Eindruck jetzt, äh, uns mitgeteilt. Was hältst du von Snowpiercer, von der Neuauflage? Habe ich noch nicht. Also ich hab, äh, also wie gesagt, ich fand's, äh, ich fand's sehr, ich find's sehr stimmig. Und ich find auch vor allem, das hat der Krischi, glaub ich, grad schon gesagt, äh, das hat man in dem Bong Joon-ho-Film schon gemerkt, dass da deutlich, deutlich mehr noch unter der Haube ist, wovon man erzählen kann. Und das kriegt man ja auch in den ersten zwei Folgen schon mit, dass es in dem Zug eben nicht einfach arm und reich gibt, also diese Zweiklassengesellschaft, sondern dass es dazwischen ja auch noch was gibt. Das wird in den ersten zwei Folgen ja nur ein bisschen angerissen. Aber ich glaube, dass es da gerade abseits des Mordfalls noch viel, viel Fleisch gibt, um diese, diese Konflikte, die in dem Zug herrschen, zu erzählen. Also ich werde auf jeden Fall dranbleiben, ja. Ich denke auch, dass man der Serie auf jeden Fall eine Chance geben sollte. Wenn man jetzt, ähm, dann doch der mittlerweile, ähm, erzogene Binger ist, kann man warten. Ich glaube, das Finale kommt am, ich glaube, 20. Juli, ähm, dann raus. Und dann kann man ja dann, äh, in einem Zug durchschauen. Sehr schön viele Zug-Jokes, ja. Ja. Ähm, jetzt sind wir, wie gesagt, äh, haben jetzt heute viele Serien schon, äh, ausführlich besprochen, sind jetzt in der Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich würde sagen, die Filme, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, gehen wir nochmal kurz durch. Ähm, wie gesagt, ähm, haben wir zum Beispiel jetzt, äh, bei den Netflix-Starts All Day and the Night. Ich glaube, den habe ich auch als Einziger gesehen. Oder habt den von euch jemand noch, ähm, schon geschaut? Nee, ich nicht. Also ich, ich habe auch die Kritik dazu geschrieben. Ist jetzt nicht sonderlich gelungen, weil, ähm, die Erwartungen waren wahrscheinlich zu hoch. Es ist ein Gefängnisdrama von einem, ja, Vater-Sohn-Gespann, wo der Vater im Gefängnis ist. Und der Sohn will eigentlich seinem Vater, ähm, ja, das Leben besser machen und gerät dann auch auf die schiefe Bahn. Hat ein bisschen Anleihen dann wiederum auch wieder an diese klassischen, äh, Hip-Hop-Aufsteiger-Geschichten. Aber schafft es über eine sehr lange Laufzeit, die der Film hat, irgendwie keinen Sog zu entwickeln und sich irgendwie als eigenständiger Film, ähm, zu, ähm, etablieren. Also man kann den Film schauen, wenn man so Gefängnisdramen, ähm, und so Ghetto-Milieustudien, ähm, ein Faible dafür hat. Mit Jeffrey Wright in der Hauptrolle ist auch ein großer Name mit dabei. Aber es ist jetzt kein Highlight. Mhm. Und ja, ich hab mir jetzt noch ein paar Filme notiert, die ich jetzt zuletzt geliehen habe. Also keine Filme, die jetzt in irgendwelchen Abos zur Verfügung sind, ähm, sondern Filme, die man dann entweder, ja, für den 399, 499 Tarif, äh, leihen kann bei Prime oder iTunes beispielsweise. Oder Filme, und da wollte ich nämlich nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, wie wir vor dem, äh, im Vorgespräch, ähm, erwähnt hatten. Gibt es ja jetzt seit einiger Zeit wegen Corona die Möglichkeit, ähm, Filme, die eigentlich einen Kinostart gehabt hätten, für einen Preis von, ich glaube meistens sind es 13 oder 14,99, dann, äh, als Heimkinopremiere, ähm, zu sehen. Habt ihr diese Möglichkeit bei Filmen schon wahrgenommen? Was haltet ihr von dieser Ersatzkinoauswertung? Ja, so, ähm, sag mal so, eigentlich vom Kostenfaktor so schlimm ist es nicht, wie ich finde. Ich sag jetzt mal einfach als Beispiel, dann kostet ein Film 16,99, den guckst du jetzt mit, äh, deiner Partnerin, sag ich jetzt mal als Beispiel, ähm, bist du ja schon günstiger weggekommen als beim Kino. Also, insofern, ähm, kann man da schon mal nicht drüber meckern, jetzt ist es natürlich, äh, das kommt natürlich nicht an dieselbe Atmosphäre ran. Ähm, dennoch keine schlechte Methode, um, äh, Geld zu machen. Also, das wird jetzt wirklich ja, äh, schwierig für die Kinos, weil es wird nicht wenige Studios geben, die sagen, hey, das hat sich doch wesentlich mehr rentiert und wir haben hier 100 Prozent, äh, Geld eingenommen oder wahrscheinlich nicht 100, aber deutlich mehr als was die jetzt bei den Kinos, äh, verdient hätten. Ja, ich hab irgendwo mal gelesen, dass, ähm, an einem Kinoticket quasi, ich glaube, es sind 50 Prozent, ähm, beim Kino bleiben und 50 Prozent, äh, quasi dann beim Film ankommen, mal grob gesprochen. Und das Verhältnis ist eben, wenn das jetzt im, zum Beispiel jetzt Universal hat jetzt zum Beispiel der Unsichtbare, ja, rausgebracht in dieser Methode, dass da Apple nur 20 Prozent nimmt und 80 Prozent dann beim Film ankommt quasi. Und da ist natürlich eine wesentlich höhere Marge für die, ähm, Produktionsstudios drin. Also, auch selbst, wenn man dann, äh, weniger Zuschauer hat als eventuell in einem Kino, verdient man eventuell das gleiche Geld. Also, ich bin mal gespannt, wenn die Kinos wieder aufmachen, ob nicht zufällig, äh, zukünftig auch einige Filme trotzdem diesen Weg dann gehen werden. Es ist natürlich auch eine Frage, wie, wenn die Kinos jetzt wieder öffnen, wie dann diese Heimkino-Premieren, wenn man so nennen möchte, dann bei den Zuschauern noch ankommen. Also, wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, ich hab das gemacht bei der Unsichtbare, den du gerade angesprochen hast. Und, weil da eben gerade die Kinoschließungen losgingen, als der ins Kino kam, und ich hab's vorher nicht ins Kino geschafft. Aber wenn ich da jetzt die Wahl gehabt hätte und, oder dann jetzt nach der Corona-Krise wieder die Wahl hab, würde ich da klar das Kino bevorzugen. Da ist natürlich die Frage, wie das bei den anderen Zuschauern aussieht. Und grundsätzlich finde ich die Idee aber ganz gut. Ich mein, jetzt klar ist sie aus der Situation geboren und gerade auch bei sowas wie The Hunt hab ich's jetzt beispielsweise noch nicht gemacht. Oder auch bei Bloodshot oder sowas, das sind ja auch diese Heimkino-Premieren. Aber gerade auch in der aktuellen Situation finde ich das schon ein ganz probates Mittel, dass man eben mit den Filmen noch Geld verdienen kann gerade. Ja, ich glaub, die beiden Titel sind nämlich nochmal ein ganz guter Übergang. Denn ich hab die beiden eben in dieser Variante wahrnehmen können. Hatte nämlich das Glück auch, weil Amazon anscheinend, wenn die Filme an dem Tag online gehen, anfangs manchmal zu einem normalen Leihpreis, falsch ausgeschildert quasi, oder falsch etikettiert kann man sagen, zur Verfügung stehen. Also ich hab, glaub ich, beide Filme, sowohl Bloodshot als auch The Hunt, dann für 3,99 oder 4,99, bin mir nicht mal ganz sicher, sehen können. Was wiederum dann auch ein, ja, noch besserer Preis ist. Ich muss dazu sagen, The Hunt fand ich sehr gut, hab mich auch als Film jetzt überzeugt, hätte ich auch gerne im Kino gesehen. Bei dem würde ich sagen, es wäre mir auch den höheren Preis wert gewesen, bei Bloodshot eher weniger. Ich kann aber beide Filme durchaus als unterhaltsam, jetzt ohne noch mehr jetzt auf die Filme einzugehen, empfehlen, wenn man, wie gesagt, leichter Kinoabend ohne viel, oder leichter Heimkinoabend eher, ohne viel Anspruch. Das sind beides eigentlich gute Actionfilme mit jeweils einigen guten Szenen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da Interesse dran hättet an den Filmen oder ob ihr den Kino gesehen hättet, wenn sie gekommen wären. Ja, das ist jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch schwer zu sagen, weil mittlerweile bin ich eher in dem Modus, dass ich einfach wieder ins Kino will und mir fast egal ist, in welchen Film, einfach um das Kinoerlebnis wieder zu haben. Ja, wir vermissen es alle. Ja, schon, oder? Ja, dann schauen wir doch mal, wie das dann im nächsten Monat aussieht, weil einige Bundesländer, ich glaube mittlerweile fast alle, haben ja dann die Kinoöffnung wieder angekündigt. Das ist natürlich die Frage, was dann laufen wird, weil ja alles, was jetzt irgendwie Rang und Namen hat, bis auf einzelne Ausnahmen, wie jetzt Tenet, was natürlich das große Zugpferd im Sommer sein wird, ist ja dann doch mal auf sehr lange Zeit verschoben worden. Ja. Ja, ich habe dann noch als kleinen Tipp vielleicht, was ich noch mir angesehen habe, einen Film, wieder mal meine neue Liebe Südkorea weiterhin zu pflegen, in Ashfall, einen südkoreanischen Katastrophenfilm. Da geht es um einen Vulkanausbruch und ja, der Vulkan ist relativ weit im Norden von Südkorea, also sprich eigentlich auf der Grenze zu Nordkorea und bedroht dann nicht nur die koreanische Halbinsel, sondern speziell auch, ja, eigentlich die ganze asiatische Welt und das Problem ist nur, dass in dieser filmischen Welt Korea mehr oder weniger auf dem Weg zum Friedensabkommen war und die Nordkoreaner gerade auf dem Weg sind, ihre Atomwaffen abzugeben. Dummerweise kommt jetzt ein Wissenschaftler drauf, dass die einzige Methode jetzt eben die, diesen Vulkanausbruch im Zaum zu halten, damit er nicht ganz so stark und verheerend ausfällt, ist, dass man, ja, eine Atombombe auf einen unterirdischen, ja, Lavakern schießt und dadurch den Druck entlastet. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja, das hört sich so ein bisschen nach Armageddon an, ja, mit Vulkan und ja, dann trifft es die ganze Sache schon sehr gut. Also ich finde, dass der Film ein ziemlich gutes Mashup ist aus Kriegsfilmen, Katastrophenfilmen à la, ja, 2012 und eben Armageddon. Aber technisch macht es wirklich einen guten Eindruck, also es sind natürlich ein paar Jahre jetzt schon wieder Zeit vergangen seit 2012, aber meiner Meinung nach kann der Film damit echt mithalten und hat aber wieder eigentlich auch Südkorea-typische Tropes in der Story drinnen. Ja, ich muss jetzt nicht mehr viel dazu sagen, dass ich mittlerweile ein großer Fan von südkoreanischen Filmen bin und da sind auch einige Schauspiele, die man aus anderen Produktionen kennt, wieder mit von der Partie. Also den Film würde ich euch und den Zuhörern noch nahelegen. Ich glaube, den kann man mittlerweile auch überall für die günstige 399-Vadiante leihen. Ist schon gespeichert. Klingt nach etwas, auf das ich sehr viel Bock habe. Und Patrick, Patrick, ich glaube, der, mir fällt gerade der Name nicht ein von The Gangster, The Cop and The Devil. Genau, der spielt nämlich da auch wieder mit. Ah. Ja, also zwei sehr, sehr große Namen, ja. Ja, habt ihr jetzt noch zu Filmen und Serien des vergangenen Monats noch einen Gesprächsbedarf anzumelden? Gesprächsbedarf? Weiß nicht. Ich hätte noch einen kleinen Tipp, der bei Prime inklusive ist, den ich aus Zufall vor ein paar Tagen mit meiner Freundin geschaut habe, wo wir eigentlich keine Erwartungen dran hatten, der uns aber dann positiv überrascht hat. Und zwar ist das The Boat. Das ist ein Horrorfilm, wenn man so möchte. Aber auch als Kammerspiel inszeniert. Da geht es um einen Fischer, der auf offener See unterwegs ist und dort ein verlassenes Segelboot entdeckt. Und relativ schnell merkt, dass da keiner drauf zu sein scheint auf diesem Segelboot. Und er versucht das dann eben zu melden, dass er ein herrenloses Segelboot gefunden hat. Kommt aber mit dem Funk eben nicht durch, um das bei irgendwem zu melden. Und dann passieren ein paar Dinge auf diesem Boot. Er wird unter anderem auf der Toilette eingesperrt und kommt nicht raus. Und ja, man weiß lange nicht, ob da jetzt doch jemand auf dem Boot ist oder ob das was Übernatürliches ist, was da vorherrschend ist. Das möchte ich auch auf keinen Fall spoilern, denn darum geht es in dem Film. Der dauert auch nur 90 Minuten. Und ist, wie gesagt, spielt komplett auf diesem Boot. Ist also als Kammerspiel inszeniert und hat eine sehr, sehr, sehr dichte Atmosphäre. Ist auch sehr kompetent inszeniert, finde ich. Und hat auch ein relativ konsequentes Ende. Und kann man sich, wenn man so auf Horror-Kammerspiele steht, auf jeden Fall anschauen. Gibt es, wie gesagt, auf Amazon inklusive. Ist auch relativ neu. Ist erst aus dem letzten Jahr. Sehr gut. Ist auch auf die Liste jetzt gesetzt worden. Ja, das freut mich. Ja, es gibt natürlich wiederum auch in diesem Monat Filme, die jetzt demnächst bei Amazon Prime auslaufen, wo man vielleicht noch die letzte Chance jetzt wahren muss, wenn man noch mal quasi im Abo für umsonst die Filme sehen will. Ja, vielleicht, Patrick, du kannst vielleicht bei die Liste kurz, du hast nämlich ein paar Filme auch markiert, uns noch, ja, mitteilen. Ja, ich denke in aller Kürze, weil die meisten sind relativ große Namen. Was bei Prime ausläuft, es ist noch nicht ganz klar wann, ist unter anderem Mission Impossible Fallout. Also der neueste Eintrag im Mission Impossible Franchise. Wieder von Christopher McQuarrie inszeniert, der ja auch schon den Vorgänger Rogue Nation inszeniert hat und auch Jack Reacher knüpft nahtlos an Rogue Nation an. Story ist eigentlich eine typische Mission Impossible Story mit weltweiter Verschwörung, vielen Twists. Ähm, also deswegen schaut man den Film auch nicht, würde ich sagen. Man schaut den, weil die Action wirklich bahnbrechend inszeniert ist und auch handgemacht ist. Analog so ein bisschen zu Fury Road oder The Raid, eben einfach gut gemachte Action, wo man eben auch sieht, dass Tom Cruise in seinen mittlerweile ja nicht mehr ganz so jungen Jahren da wirklich alles gegeben hat und auch einen Großteil der Stunts selbst gemacht hat. und man merkt dem Film einfach seine Wertigkeit in jeder Sekunde an und wer den noch nicht gesehen hat, kann ihn, wie gesagt, jetzt noch ein paar Wochen bei Prime anschauen. Wie fandet ihr den, falls ihr ihn gesehen habt? Herausragend. Also ich fand, ja, absolut. Ich glaube, damit können wir es auch dabei belassen. Ja, da ist sich auch jeder einig, ja, eigentlich, ne? Ja, ich werde auch definitiv noch ein, zwei Mal, glaube ich, den Film schauen, weil durch die Drehverzögerungen wird es noch ein bisschen länger dauern, bis die beiden, glaube ich, back-to-back gedrehten Teile 8 und 9 dann, ja, kommen. Ja. Oder 7 und 8 sind es, glaube ich. 7 und 8, ja, genau. Ja, ja. Genau, dann noch ein bisschen was aus dem Genre. Wie könnte es anders sein? Horror-Genre. Steht bei mir ja immer relativ weit oben auf der Uhr. Ghost Stories. Habe ich, glaube ich, in einer vergangenen Folge schon mal erwähnt. Läuft aktuell auch noch auf Prime inklusive, wird das aber auch innerhalb der nächsten vier Wochen nicht mehr sein. Ist ein Horrorfilm, der auf einem Theaterstück basiert und auch vom gleichen Macher inszeniert ist. Also der Regisseur vom Film ist tatsächlich auch der Macher vom Theaterstück und handelt davon, dass es einen Professor gibt, der eben erklärter Skeptiker ist und über natürlichen Phänomenen den Kampf angesagt hat und die zu widerlegen versucht und wissenschaftlich zu erklären versucht. Und eines Tages bekommt er Post von einem seiner großen Vorbilder auf diesem Gebiet, der im Sterben liegt und ihm seine letzten drei übernatürlichen Fälle schickt, die er nicht lösen konnte mit eben dem Wunsch, dass er sie doch lösen möge. Und diese drei Geschichten werden dann auch im Film erzählt als Episoden und am Ende, nach diesen drei Geschichten, geht es dann wieder in die Rahmenhandlung zurück und es gibt dann eben die große Auflösung am Ende. Und sowohl die drei Geschichten als auch die Twists, die gern Ende kommen, sind wirklich im Horrorgenre schon Oberklasse, fand ich. War auch einer meiner liebsten Genrefilme in 2017, als er rauskam. Hat mit Martin Freeman auch ein relativ bekanntes Gesicht im Cast und überzeugt einfach komplett durch eine sehr dichte Atmosphäre und einige markerschütternde What-the-Fuck-Momente und kann man sich gerne eben aktuell noch auf Prime anschauen, wenn man ein kleines Herz fürs Horrorgenre hat. Und ja, der letzte auf meiner Liste schlägt in eine ähnliche Kerbe, auch Horrorgenre, ein paar Jahre älter, von James Wan inszeniert. Nachdem er Saw inszeniert hat und bevor er in das Thundering, mittlerweile kann man ja schon sagen, Universum abgestiegen ist, und zwar Insidious von 2010, mit Patrick Wilson und Rose Byrne auch sehr hochkarätig besetzt. Und Insidious ist ein bisschen im Gegensatz zu den aktuelleren Einträgen von ihm eher ein klassischer Horrorfilm mit sehr, sehr viel klassischer Gruselatmosphäre, vielen unheimlichen Situationen und wenigen, dafür dann aber tatsächlich sehr effektiven Jumpscares. Also wer James Wan Inszenierungen mag, aber eben nicht diese ganze Hau-drauf-Mentalität der aktuellen Curse of Lorona und Co. möchte, kann sich gerne noch Insidious auf Prime anschauen. Den wird es auch nur noch ein paar Wochen dort geben. Ja, das wäre so von meiner Warte. Ja, ich denke, man findet ja auch die Auflistungen immer online von den Titeln, die dann verschwinden werden. Und deswegen gehen wir jetzt noch zu einem Punkt, den wir in den letzten Monaten schon langsam haben versucht zu implementieren, und zwar unser Format Bubble Monday, quasi ein Community-Format bei Filmtoos.de über die verschiedenen Kanäle, Twitter, Discord, Facebook. Ja, ich erkläre es nochmal kurz. Es wird quasi jeden Montag ein Film in der Community dann besprochen und danach wird ein Film für die nächste Woche gewählt. Es ergibt dann vier Filme im Monat, die ausführlicher zu bewerten sind. Und es sind jeweils Filme, die über Prime oder Netflix zu streamen sind, also Filme, die ohne Mehraufwand einfach zu bekommen sind. Und ja, ich würde in dem Fall nochmal kurz auf den letzten Monat zurückblicken. Da hatten wir vier Filme. Und ja, den Anfang hat, glaube ich, wenn ich die Reihenfolge richtig zusammenbringe, Systemsprenger gemacht. Dazu habe ich mir ein paar Stimmen notiert. Unter anderem hat jemand geschrieben, das ist ein harter, ehrlicher Film, der einen nicht unberührt lässt. Der Film legt den Finger in eine Wunde, die keiner sehen will und zeigt, wo das System seine Grenzen hat. Wie hätte ich reagiert? Was hätte ich versucht? Wer ist schuld? Das sind die Fragen, die ich mir nach dem Film gestellt habe. Und ich denke, da bin ich nicht allein. Das ist von Johannes Gemmel, der Kommentar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr den Film schon gesehen? Ist ja bei Netflix jetzt, glaube ich, seit zweieinhalb, drei Monaten zu sehen. Hat er euch auch so mitgenommen? Also ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Meine Freundin hat ihn gesehen, die normalerweise eben, ja, deutschen Drama, Genre, das ist eigentlich nicht so ihr Steckenpferd, aber sie war sehr begeistert von dem Film. Ich habe oft Vergleiche gehört zu einem anderen Film, der in eine ähnliche Kerbe schlägt, nämlich Pelikanblut, den ich schon schauen durfte, wo es auch um, ja, schwer erziehbare Kinder oder Kinder, die eben vom System oder das System eben sprengen, wie es ja bei Systemsprenger auch der Fall ist, erzählt. Und ich werde mir den auf jeden Fall noch anschauen. Und allein die Berücksichtigung bei internationalen Awards hat ja schon gezeigt, dass da wieder ein relativ großer Wurf aus Deutschland gelungen ist, was das Drama-Genre angeht. Das stimmt. Also ich glaube, auch wenn der deutsche Filmpreis ein bisschen in der Kritik steht als wegen der Preisverleihung. Und ansonsten kann man aber nicht drüber hinwegschauen, dass der Film ein mega gut gespielt ist, vor allem von der kleinen Hauptdarstellerin und von Albrecht Schuch in der männlichen Hauptrolle, weil er ja auch, wie gesagt, fast ins Oscar-Rennen dann gegangen wäre. Also es ist wirklich ein herausragender deutscher Film. Sehr intensiv, aber nichts für Abende, wo man am Ende mit guter Laune zurückbleiben will. Ja, ich denke, dann wechseln wir mal zum zweiten Film, der dann eine Woche später besprochen wurde. Und zwar ist es der Film Asche ist reines Weiß. Ach nee, das war der dritte, aber ich mache erst den, ist ja eigentlich egal, die Reihenfolge. Und zwar hat da die Miriam Lochner dazu gesagt, also ich zitiere, ich kam mit der Geschwindigkeit des Films nicht zurecht. Mir war er viel zu langatmig. Mag ja toll sein, einen Film in drei Teile aufzuteilen. Er ist sie mit dem Gangsterboss zusammen. Erst ist sie mit dem Gangsterboss zusammen, ihre große Liebe. Dann geht sie nach einem Zwischenfall für ihn ins Gefängnis, kommt nach fünf Jahren frei und sucht ihn, weil sie ihn noch liebt. Aber er will nichts mehr von ihr wissen, leugnet sie. Am Ende ist sie die überlegene, selbst Clan-Chefin und hat von ihrer Stärke nichts verloren, während Binn gebrochen zurückkehrt. Gut fand ich, wie ihre Stärke gezeigt wird, zum Beispiel als ihr Geld und Ausweis geklaut werden und sie später auf eben diese Frau trifft und sie erst die Jungs vertreibt, nur um dann selbst mit der Wasserflasche ihr Gestohlenes zurückzufordern. Also es ist eine sehr detaillierte Kritik oder eine auf einzelne Szenen eingehende Besprechung. Ich weiß nicht, habt ihr den Film gesehen? Es ist ja eine chinesische Produktion, die auch schon einige Male gleich bei Kino Plus erwähnt wurde. Ich persönlich habe den Film bis jetzt noch nicht gesehen, habe aber eigentlich positive Stimmen dazu noch gehört und mich, beziehungsweise ich wundere jetzt ein bisschen mich über die dann doch eher negativen Stimmen, die hier in der Community zur Geltung kommen. Ja, es ist, denke ich, immer, also du hast ja eine Frage, du hast ja gerade gesagt, es ist ein chinesischer Film und typischerweise mit chinesischen Filmen gibt es viele Leute, die da noch nicht so viel Kontakt hatten, denke ich, ganz ähnlich, wie es eben vor Parasite mit dem südkoreanischen Film ist oder war. Das kann man ja mittlerweile, glaube ich, nicht mehr behaupten. Und ich glaube, dass dort auch Filme zum Teil anders erzählt werden und dass das eben noch nicht ganz so in unserem westlichen Geschmack angekommen ist und deswegen auch asiatische Filme oft ein bisschen fremd wirken. Plus, wenn dann eben noch dazu kommt, dass einen die Geschichte nicht catcht, kann ich da schon verstehen, dass da der eine oder andere ein bisschen ein bisschen Argwünsch dem gegenübersteht. Auf der anderen Seite natürlich schön, dass wie die Dame, von der du gerade das Zitat vorgelesen hast, die wahrscheinlich ohne dieses Format den Film nicht unbedingt gesehen hätte. Und ja, ist ja auch völlig valide, wenn ihr das Ganze nicht gefallen hat, ist es ja auch völlig okay. Ja. Genau, das ist vielleicht ein positives Statement jetzt auch, was dieses Format Bubble Monday betrifft. Da kann man wirklich offen seine Meinung sagen, kann man wirklich gut diskutieren, auch im Sprachchat dann über Discord. Und ja, ich glaube, da sind wirklich die Filme, die wir da abdecken, bislang sehr, sehr facettenreich, sehr, sehr unterschiedlich gewesen. Und der Film, der dann eben, die eigentlich die Woche vorher war, nämlich unter dem Sand, auch einen Film bei Amazon Prime zu sehen. Da hat Leon bei Facebook auch geschrieben, dass es ein unheimlich belastender und niederschmetternder Film ist, den er vermutlich nicht nochmal gucken wird. Aber er ist sehr gut. Also ich habe mit dem Benni, mit unserem Redaktionsleiter, mal über den Film geschrieben, weil er den auch schon mehrfach empfohlen hat. Und er sagt, das ist einer der besten Filme der letzten Jahre. Ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen, weil, wie gesagt, momentan so viel anderes ständig rauf und runter läuft. Aber ich glaube, der Film ist sehr gut weggekommen in der Community. Hat einer von euch den zufällig schon gesehen? Nee, leider nicht. Nee, gesehen selbst auch nicht. Aber auch gesehen, dass der gut angekommen ist beim Bubble Monday. Aber ich habe da ein gewisses Kontingent an Filmen, die ich in einer Woche schauen kann, die mich runterziehen. Da kann ich einfach nicht viel in Folge von schauen. Deswegen habe ich mir den bisher noch aufbewahrt. Ja, ich würde sagen, wir machen dann doch den letzten Film, der erst gleich diese Woche dann besprochen wurde. Und das ist Imitation Game, der jetzt relativ neu auch bei Netflix zu streamen ist mit Benedict Cumberbatch in der Rolle des Alan Turing. Quasi einer der Pioniere der Mathematik im Computing-Bereich. Und da geht es um diese Enigma, also diese Code-Entschlüsselungsmaschine. Ich glaube, im Zweiten Weltkrieg war es dann. Und ja, der kam auch, ja, ist ein Film, auf den man sich einlassen muss. Ich habe den vor einigen Jahren schon, glaube ich, damals direkt im Kino gesehen. Einer schreibt beispielsweise hier bei Facebook, dass es einer der wenigen Filme ist, in denen ihn die Keira Knightley nicht gestört hat. Und ein anderer schreibt auch, oder beziehungsweise der eine andere, Nicole, schreibt auch bei Facebook, sie fand ihn sehr gut, auch wenn sie Benedict Cumberbatch eigentlich nicht so, im Allgemeinen nicht so mag. Ja, da war gut gespielt. Und sie hat sich schon viel mit dem Thema beschäftigt, mit Enigma. Und sagt eben, dass das alles gut und korrekt dargestellt wurde. Äh, eben nicht gut und korrekt dargestellt wurde. Aber, dass der Film sehr spannend ist. Also ich glaube auch, das hatte ich nämlich damals auch den Eindruck, dass es jetzt kein historienakkurater Film ist, sondern dass es dann doch eher ein Historien-Thriller sein soll. Ist aber durchaus, wie gesagt, ein Film, den man sehr empfehlen kann, wenn er, wie gesagt, bei Netflix ja im, ja, im Abo mit dabei ist. Ja, ich habe den jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit erst gesehen, das erste Mal. Und fand den Film an sich jetzt abseits, wie historisch korrekt das Ganze ist, weil darüber kann man sich im Internet ja auch ein bisschen anlesen, dass es da doch einige Stimmen gibt, die dem Film vorwerfen, dass er da nicht geschichtsgetreu ist. Den Film an sich fand ich aber relativ sehenswert. Sehenswert. Ich fand, er zerfällt ein bisschen zu sehr in einzelne Episoden. Und ja, Benedict Cumberbatch, ich meine, wenn man Sherlock gesehen hat, sieht man ihn einfach immer als Sherlock. Und im Grunde ist die Rolle des Alan Turing, geht ja auch ein bisschen in die, in die Richtung des sehr hochbegabten, so ein bisschen gesellschaftlich abseits stehenden, Eigenbrötlers, mehr oder weniger. Geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung. Fand den Film aber durchaus relativ spannend und geht auch ordentlich nah, gerade so in den letzten Minuten. Ja, er hat ja damals sogar den Oscar gewonnen für das beste adaptierte Drehbuch. Weiß ich nicht, ob das gerechtfertigt war. Ich habe jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, was damals mit ihm noch nominiert war. So weit würde ich jetzt tatsächlich nicht gehen. Ist aber auch ein Film, den ich, glaube ich, ohne den Bubble-Manda eher nicht gesehen hätte. und wo ich jetzt durchaus froh bin, dass ich ihn gesehen habe. Also ich würde, wenn ich jetzt in unserer Toast-Wertung denken würde, ihm eine gut gemeinte 3,5 geben. Ja, das trifft es gut. Ich denke, wir machen noch einen kurzen Ausblick jetzt einerseits auf die nächste Streamcatcher-Ausgabe, vielleicht aber vorher auch noch auf den nächsten Bubble Monday. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das City of God, glaube ich, der nächste Film, der besprochen wird, richtig? Korrekt, ja. Also da kann ich auch, glaube ich, ja, da kann ich auch dann wahrscheinlich besser mitreden, weil den habe ich schon zu Schulzeiten zweimal gesehen und bin da wirklich großer Fan von dem Film und ja, bin gespannt, wie da auch jetzt vielleicht von Leuten, die jetzt erst den Film nach, ist ja dann doch schon einige Jahre alt, vielleicht jetzt ist es das erste Mal entdecken, wie da die Eindrücke sind oder ob der Film gut gealtert ist und wie der unter der aktuellen politischen Lage funktioniert. Wird spannend zu sehen, da werden wir dann in der nächsten Streamcatcher-Ausgabe auch drauf eingehen. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich schon drauf. Den habe ich tatsächlich auch schon vor längerer Zeit mehrfach gesehen. Finde ich auch sehr stark, hat auch einen sehr starken Nachfolger, wie ich finde. Und da bin ich schon sehr gespannt, was die Community dazu sagt. Ja, dann haben wir den Bubble Monday abgehakt, was wir in der nächsten Folge auch behandeln werden. Kleiner Ausblick hier. Ist die neue Staffel von Umbrella Academy. Die startet dann am einen, ja, nee, nicht in der nächsten Folge, in der übernächsten Folge quasi. Es startet im Juli. Was allerdings bald startet, ist die neue Serie Gangs of London von Gareth Edwards. Ich glaube, der Name ist vielleicht den Actionfans dann doch mittlerweile ein Begriff, richtig? Richtig, hoffe ich zumindest. Ja, und wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man auch wahrscheinlich, warum er verpflichtet wurde. Also das gefällt mir schon alles relativ gut, was man da bisher sehen konnte. Ja, also ich bin ja mit einigen Leuten schon in Kontakt gewesen, die die Serie schon sehen konnten. Und ich glaube, da kann ich euch auch positiv drauf einstimmen. Die haben alle nur davon geschwärmt. Wobei ich glaube, du hast gerade Gareth Edwards gesagt. Oder? Gareth Evans, genau. Den anderen gibt es ja auch. Der hat sich dann um Godzilla und so gekümmert. Gareth Evans ist dann der ... Ich wollte gerade sagen, ich war gerade ein bisschen irritiert. Ja, gut, das ist auch die ... Ja, wir reden jetzt über zwei Stunden. Ich mag ja Rogue One und Godzilla hat ja auch ein paar schöne Eindrücke, aber ich wollte gerade sagen, Actionfans, da war ich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Da ist Gareth Evans der Richtige, der aus meiner Sicht den besten Actionfilm der Dekade gemacht hat. Ja, gerade The Raid 2, finde ich, was Action angeht. Inszenierung von Action bahnbrechend. Auch für mich noch vor Fury Road und vor Mission Impossible. Ja, und glaube ich, ein weiteres Action-Highlight könnte uns mit der Charlize Theron noch erwarten. Und zwar eine Comic-Adaption von der Graphic-Novel The Old Guard. Ich kannte die jetzt nicht, aber der erste Trailer macht eigentlich einen guten Eindruck. Habt ihr den schon gesehen? Und zur Hälfte habe ich mir angeguckt, weil dann war das Interesse schon groß genug, dass ich gesagt habe, okay, mehr will ich noch nicht sehen. Das ging mir tatsächlich in letzter Zeit mit ein paar Trailern so, dass ich sie, das habe ich vorher eigentlich nie gemacht, aber es ist ja mittlerweile schon fast en vogue, dass Trailer den halben Film schrägstrich die halbe Serie verraten. Und wenn mir die erste Hälfte zusagt, höre ich einfach auf mit dem Trailer. Da bin ich ganz bei dir. Vor allem eine Masse an Trailern, die dann kommen. Ich denke da immer an Aquaman, wo ich irgendwann mal gelesen habe, Trailer Nummer 6 und ich mir gedacht habe, cool, ich kann mir bestimmt jetzt aus den sechs Trailern den Film zusammenschneiden. Ja, ein kurzer. Nee, aber auf Old Guard freue ich mich auch, ja. Ja, ich würde sagen, wir freuen uns genau, wie viele Zuhörer wahrscheinlich auch schon auf den Juli. Aber jetzt erstmal freuen wir uns auf den Juni. Wir haben euch, denke ich, die einige der interessantesten neuen Sachen vorgestellt, worauf wir uns freuen, worauf ihr euch freuen könnt. Ja, das war's dann wieder für diesen Monat. Vielleicht gibt es irgendwann eine Dark-Spezialfolge, wie lose angekündigt. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Streamen, beim Filme schauen online und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr aktiv am Bubble Monday weiterhin teilnehmt und wünsche Anregungen und ja, Kritik gerne auch bei uns da lasst und wir versuchen uns immer weiter zu verbessern. Ja, das waren meine letzten Worte. Was sind eure, Patrick, Krischi? Ich hab eigentlich keine, außer schaut Serien, schaut Filme und hört unseren Podcast. Genau, hört auf zu arbeiten, guckt nur Serien und füllen, damit ihr auch mitnehmen könnt. Macht eure Ausaufgaben, macht am Bubble Monday mit und schaut jetzt erstmal City of God und schaut immer, was wir danach als Aufgabe geben. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Ciao. Habt euch wohl, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.